Keine Ahnung, noch ein bisschen Koffer. Sehr gut, super, danke. Alles klar, ich würde euch bitten, langsam wieder eure Plätze einzunehmen. Die Sitzung wird wieder aufgenommen. Gut, magst du uns kurz updaten, was so in den Gesprächen rauskam? Matthias Thoma Gras, wir stellen den Antrag als Gras alleine. Okay, gut, dann bitte um Vorstellung des Antrags. Also der späten Uhrzeit, oder besser gesagt frühen Uhrzeit geschuldet, werde ich den Antrag ein bisschen gekürzt vortragen. Nach einer Studie der Donau-Uni Krems hat sich die Zahl der Studierenden, welche unter psychischen Belastungen leiden, von 30 auf 50 Prozent erhöht. Und aus einer Studie der Psychologischen Fakultät der Uni Wien leiden junge Erwachsene zwischen 20 und 30 Jahren nach Menschen mit psychiatrischen Vorerkrankungen, am meisten unter psychischen Belastungen durch die Corona-Krise. Seit dem Frühjahr 2020 belegen zahlreiche Studien die erhöhte psychische Belastung durch Corona. Doch auf einem Termin bei der Psychologischen Studierendenberatung musste Mensch schon vorher monatelang warten. Umso erschreckender, dass Bundesminister Faßmann erst zu spät mit der Ankündigung einer Aufstockung von insgesamt 15 Vollzeitäquivalenten an den sechs Beratungsstellen der Psychologischen Studierendenberatung in Wien reagiert. Und das passiert erst nach Ostern. Das ist ein Anfang, aber weitem nicht ausreitend. Die ÖH-Bundesvertretung möge daher beschließen, die der Vorsitzende muss bis zum 26.03.2021 Kontakt mit Bundesminister Faßmann aufnehmen, um in einem Gespräch die Situation der Studierenden zu thematisieren und eine Ausfinanzierung der Psychologischen Studierendenberatung sowie eine Ausweitung der Standorte der Psychologischen Studierendenberatung zunächst auf alle Bundesländer und dann auf alle Städte, in denen es Hochschulen gibt. Zweitens. Die ÖH muss bis zum 01.04.2021 eine Presseaussendung veröffentlichen, in der das lange Zögern des Bundesministers Faßmann kritisiert wird und die im Beschlusspunkt 1 genannten Forderungen kundgetan werden. Drittens. Die ÖH muss mittels einer Umfrage Best-Practice-Beispiele von Hochschülerinnenschaften und Vertretungen gemäß § 3 Absatz 3 HSG 2014 evaluieren, welche die psychische Gesundheit Studierender durch Zuschüsse, Bereitstellung kostenloser Online-Beratung und Ähnlichem fördern. Mit den Ergebnissen dieser Umfrage muss die ÖH ein Konzept erstellen, das die Hochschülerinnenschaften und Vertretungen gemäß § 3 Absatz 3 HSG 2014 bei der Umsetzung von Projekten zur Förderung der mentalen Gesundheitsstudierenden unterstützen soll. Danke. Vielen Dank. Gibt es Wortmeldungen? Sabine? Da und Sophie? Ich wollte mich nur ganz kurz zu Wort melden, weil ich es eh bei der Listensprecherinnen- und Vorbesprechung schon gesagt habe, ein Teil von dem Ganzen war mittel- und langfristige Lösungen strukturell und organisatorische Weiterentwicklung. Also das heißt, eigentlich ist gerade erster Beschlusspunkt zum Teil eben schon in Verhandlung, aber ich finde es grundsätzlich nicht schlecht, das nur mal per Beschluss zu sagen. Ich möchte aber sagen, diese Gespräche haben bereits stattgefunden. Danke. Sophie? Sophie Watschke, junge, liberale Studierende. Wir bringen gemeinsam mit den Fachschaftslisten einen Gegenantrag, den die Naima und ich gemeinsam vorstellen. Und wir haben uns geeinigt, dass ich, wie ist es da oben, Beschlusspunkt 1 voll ist, weil der ist kürzer, und der Nehme bekommt Beschlusspunkt 2, weil er ein bisschen länger ist. Okay, das heißt, ich habe gut behandelt. Die ÖH möge beschließen, nicht um die Uhrzeit. Die ÖH möge beschließen, dass die ÖH sämtliche Hochschulen auffordert, auf das bestehende Angebot der psychologischen Studierendenberatung aufmerksam zu machen. Und die ÖH möge beschließen, die ÖH setzt sich gegenüber dem BMBWF für eine Ausweitung der psychologischen Studierendenberatung auf alle Bundesländer ein. Langfristiges Ziel sollte der Ausweitung der psychologischen Studierendenberatung auf alle Hochschulen sein. Ja, wir halten uns kurz. Danke, Sabine. Sabine Hanger Aktionsgemeinschaft, dem Antrag stimme ich sehr gerne zu. Danke. Gibt es Wortmeldungen zum Gegenantrag? Oder zum Hauptantrag? Gut, es gibt keine Wortmeldungen. Dann stimmen wir jetzt zuerst über den von Junos und Flö eingebrachten Gegenantrag ab. Wenn der Gegenantrag angenommen wird, dann fällt der Hauptantrag. Wenn der Gegenantrag nicht angenommen wird, dann stimmen wir über den Hauptantrag gesondert ab. Wir stimmen über den Gegenantrag ab. Ihr seht ihn da. Gibt es Gegenstimmen? Haben alle? Okay, ja. Gut, Enthaltungen? Stefan. Prost stimmen? Okay, somit ist der Gegenantrag angenommen und der Hauptantrag gefallen. Gibt es Protokollierungen des Stimmverhaltens? Stefan? Stefan Badusch-Kraas. Ich habe gegen den Gegenantrag gestimmt, weil ich es sehr wichtig gefunden hätte, dass dieser wichtige Punkt auch kritisch gegenüber dem Bundesminister angemerkt wird. Und ich finde es sehr schade, dass die Bundesvertretung so unkritisch geworden ist in letzter Zeit. Okay, danke. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Antrag von der GRAS. Awareness for Mental Health. Bitte um Vorstellung. Caroline Gürtel-Kraas. Ich hoffe wirklich sehr, dass wir diesen Antrag gemeinsam positiv abstimmen können. Denn mentale Gesundheit ist, glaube ich, das Thema, was Studierende am meisten vielleicht sogar in der letzten Zeit betroffen hat. Denn wie wir zurzeit wissen, dass wir über die Hälfte der Studierenden mit psychischen Belastungen zu kämpfen haben, möchte ich diesen Beschlusstext vorlesen. Die ÖH muss im Rahmen der Mental Health-Kampagne Online-Vorträge zu zumindest folgenden psychischen Erkrankungen organisieren. Angststörungen, Depressionen, Sucht, Substanzmissbrauch, Somatoforme, Störungen und Zwangsstörungen. In diesen erklären ausgewiesene ExpertInnen auf dem jeweiligen Gebiet des Krankheitsbildes, den Krankheitsverlaufs sowie Therapiemöglichkeiten. Die Online-Vorträge werden aufgezeichnet und auf einem YouTube-Kanal der ÖH unbefriedet zur Verfügung gestellt. Im Rahmen der Mental Health-Kampagne muss gemeinsam mit der psychologischen Studierendenberatung ein Leitfaden für Angehörige und FreundInnen psychisch erkrankte Studierende erarbeitet werden, in denen Handlungsmöglichkeiten für den Umgang mit der psychischen Erkrankung der nahestehenden Personen aufgezeigt werden. Der inhaltliche Teil muss dabei nach Möglichkeit von der psychologischen Studierendenberatung bereitgestellt werden, die ÖH soll sich um die Umsetzung und die Verteilung der Broschüre kümmern. Diese Leitfaden muss zum 30.04.2021 an die ListensprecherInnen ausgesandt und nach Einarbeitung des Feedbacks spätestens am 12.05.2021 veröffentlicht werden. Die Ergebnisse der Studierendenbefragung, die die ÖH gemeinsam mit der psychologischen Studierendenberatung erstellt hat, muss innerhalb eines Monats nach Fertigstellung ihrer Auswertung veröffentlicht werden. Dafür müssen eine Pressungssendung ausgesandt und mindestens drei Wochen veröffentlicht werden, in denen die Ergebnisse zusammengefasst dargestellt werden. Das erspare ich euch, weil darüber haben wir heute schon genug diskutiert. Wie gesagt, ich hoffe wirklich, dass wir diesen Antrag positiv abstimmen können, denn Awareness for Mental Health wird immer wichtiger und gerade im letzten Jahr ist es, glaube ich, so bräsent wie noch nie. Dankeschön. Danke. Sophie und Leo. Und Sophie. Sophie. Sophie Wotschke, junge liberale Studierende. Sophie ist so ein häufiger Name, shit. Vor allem meine Eltern haben mir noch Marie als Zweitnamen gegeben, um es extra fahrt zu machen, aber ja, anderes Thema. Eigentlich wollte ich fragen, weil ich es einfach nicht weiß, was somatoforme Störungen sind. Das ist meine einzige Frage. Danke. Leo und dann Sophie Lena und dann Julian Planger. Und dann Philipp Brüger. Leo Kadiak-Rolmus, VSSDÖ. Vielleicht möchte ich das die Antragstellerin beantworten. Ich glaube, bei somatoformen Störungen geht es eben um Problematiken, wo körperliche Beschwerden aufgrund eben vom psychischen Leiden entstehen. Fragen, die ich mir da aber stelle bei diesem Antrag, ist schon einerseits bei diesen Vorträgen, bei dem, wie das aufgelistet ist, eben so ganz konkrete Diagnosen. Ich frage mich auch, warum wurden gerade diese Diagnosen vielleicht gewählt, aber vor allem so, es bezieht sich auf Krankheitsbild und Krankheitsverlauf. Und ich bin mir nicht sicher, dass ich diese Themen eben Studierenden vorstellen möchte, die sich vielleicht zum ersten Mal damit befassen, dass es ihnen nicht gut geht, ob eben so eine Form von einem Vortrag die angemessene ist. Auch bei dem Leitfaden finde ich das ein bisschen kritisch, dass es sich ausschließlich auf Freundinnen und Angehörige bezieht, weil eigentlich wissen wir, dass die Mehrheit von Studentinnen in dieser Zeit mit psychischen Problemen zu kämpfen hat. Und dann sollte es vielleicht auch einen Leitfaden für sie geben oder so eine Kampagne sollte zuerst auf sie ausgerichtet sein und eben nicht nur auf Menschen in ihrer Umgebung. Dankeschön. Dankeschön. Sophie-Lena, bitte. Ja, also ich kann mich der Leo nur anschließen. Ich finde diese Einschränkung auf gewisse Krankheitsbilder sogar ein bisschen problematisch. Wir wissen, es gibt sehr viele und auch sehr viele nicht beachtete Krankheitsbilder und psychische Probleme, die da nicht vorkommen. Ich verstehe auch nicht ganz, wie diese Auswahl getroffen wurde, weil man kann ganz leicht nachlesen von Studien der MedUni Wien, dass ja, Angststörungen belegen den ersten Platz an psychischen Erkrankungen in unserer Altersgruppe. Aber auf zweiten Platz sind zum Beispiel neuronale Störungen wie der ADHS, die vor allem auch Lern- und Konzentrationsfähigkeit sehr beeinträchtigen, was für Studierende ja sehr relevant ist. Das kommt hier überhaupt nicht vor. Ich finde es schon auch irgendwie fragwürdig, warum hier gewisse Gruppen einfach komplett ausgeschlossen werden, vor allem welche, die sehr, sehr häufig vorkommen und auch nachgewiesen sehr großen Einfluss haben auf unseren Studienalltag. Julian Planger, dann Philipp Brüger. Philipp Brüger zu zurück, Julian Planger. Julian Planger, junge liberale Studierende. Da wir das heute schon gehabt haben, ja, meine beiden Vorrednerinnen haben das besser gesagt, als ich es hätte sagen können eigentlich. Um kurz zu erklären, was somatoforme Störungen sind, das seien körperliche Beschwerden, die sich aufgrund von psychischen Ursachen manifestieren, ohne dass es eine wirkliche körperliche Ursache dafür gibt. Also da seien wir schon eher im Bereich von einem Phantomschmerz. Was aber eigentlich wieder beweist, dass die Diagnosen da oben einfach irgendwie ein bisschen wirr zusammengestellt worden seien. Und ich finde es grundsätzlich ein bisschen schade, dass, wenn man schon zwei Anträge zu dem Thema hat, dass man dann nicht mal erklären kann, was eigentlich die Krankheitsbilder seien, stellt sich vielleicht ein bisschen die Frage, ob man sich dann noch tiefer damit beschäftigen sollte, bevor man Anträge dazu einbringt. Stefan, dann Sabine. Stefan Bartosch-Kraß. Um ein bisschen, um dem VSSD-Ö ein neues Bild mitzugeben. In dem Fall ist zum Beispiel die ursprüngliche Antragstellerin oder die Verfasserin des Antrags nicht anwesend. Deswegen hat es eine andere Person vorgestellt. Deswegen kann die ursprüngliche Antragstellerin auch keine Fragen zu dem Antrag beantworten, weil sie nicht anwesend ist. Wir könnten sie natürlich per Videoschalte zuschalten, aber ich habe keinen Lautsprecher da. Bitte? Super. Zweitens. Warum soll sich die Broschüre gezielt an Angehörige richten? Weil das eine Erweiterung der bereits existierenden und geplanten Mental Health Kampagne ist. Das ist kein Ersatz, das ist ein Add-on. Und ich glaube, und zusätzlich war die Idee dahinter, dass es bereits genügend Materialien für Betroffene selbst gibt. Wir haben ja auch ganz viele andere Anträge zu dem Thema, wie jetzt bereits erwähnt worden ist, die heute behandelt werden. Und das ist sozusagen ein weiteres Element in diesem System. Weiteres darf ich darauf hinweisen, um auf eine der Vorrednerinnen zu replizieren. Es tut mir sehr leid, dass das als problematisch empfunden wurde, dass gewisse Beispiele gewählt worden sind. Ich würde mich da sehr gerne auch über eine offene Debatte freuen. Ich freue mich auch gerne über Tipps, wie man es das nächste Mal vielleicht besser machen kann. Besser als in dem Fall einfach das Wort zumindest einzufügen, dass es so anzeigt, dass es nur Beispiele sind, die behandelt werden können und darüber hinaus natürlich auch ganz viele andere Dinge, wie zum Beispiel ADHS oder andere. Ja, und warum sollen genau der letzte Punkt, warum sollen Krankheitsbildung, Krankheitsverlauf sowie Therapiemöglichkeiten aufgezeigt werden? Weil es darum geht, Awareness zu schaffen. Grund ist, ich weiß, es darum geht ganz allgemein, verschiedene psychische Erkrankungen aufzuzeigen, einfach mehr Studierenden eine Beschäftigung damit zu ermöglichen und dann möglicherweise eine insgesamte Verbesserung für Betroffene zu erreichen. Wenn es Fragen gibt, bitte jederzeit. Danke. Danke. Sabine, Naima und dann Dora. Auch wenn die Antragstellerin nicht mehr anwesend ist, möchte ich fragen, ob es im Sinne der Antragstellerin wäre, den Beschlusspunkt 3 dahingehend zu ändern, die Ergebnisse der Studierendenbefragung zum Thema Mental Health müssen innerhalb eines Monats nach Fertigstellung ihrer Auswertung veröffentlicht werden, weil es gibt bereits zwei parallel laufende Befragungen genau zu diesem Thema. Wir haben gerade vorher gehört, dass die psychologische Studierendenberatung unfassbar ausgelastet ist. Also ich fände es zielführender, man nimmt bereits bestehende Umfragen und arbeitet die ein. Das kann man ja dann gemeinsam mit der Studierendenberatung machen, aber wenn ich das richtig verstehe, ist, also der letzte Punkt nur der Ergebnis der Studierendenbefragung, die die ÖH gemeinsam mit der psychologischen Studierendenberatung erstellt hat. Das setzt für mich voraus, dass wir mit Ihnen gemeinsam eine Umfrage machen müssen. Oder verstehe ich das falsch? Naima, dann Dora. Naima, Gopara, Familie Flö. Es geht in eine sehr ähnliche Richtung wie Sabine, Ihre Wortmeldung. Ich würde generell die Antragstellerinnen bitten, die Frist von 30.4. ein bisschen zu verlängern. Ich glaube, das ist extrem kurz für eine Erstellung eines Leitfadens. Oder ist das eh schon geändert worden? Ne, ist immer noch 30.4. Okay. Und das Zweite, was mir heute schon den ganzen Tag ein bisschen auffällt, ist, es gibt eh Anträge, wo man einfach dagegen ist. Und dann darf man auch gerne argumentieren, warum man dagegen ist. Aber es gab heute ganz oft Anträge, wo man eigentlich dafür ist, aber der Antrag passt so, wie er dasteht, nicht so ganz. Und ich nehme jetzt mal Karos Wortmeldung, die sie sonst immer bringt. Es wäre schon cool, wenn man das mit den Fraktionen einfach vorher abklärt und so Wortglauberei im Vorfeld macht. Haben wir auch gemacht. Wir haben uns bei der Gras mit mehreren Anträgen gemeldet. Und das wurde auch berücksichtigt. Und ich glaube, das wird die Sitzungsdauer ein bisschen verkürzen, wenn wir diese Kleinigkeiten vorher klären könnten. Danke. Dora? Dora zieht zurück. Max? Max Wagner, Aktionsgemeinschaft. Ich hätte noch eine kurze Frage an die Gras zum ersten Punkt. Da steht Online-Vorträge, heißt das mindestens zwei? Oder habt ihr das so geschrieben, dass zu jedem der Themen ein eigener Online-Vortrag stattfinden soll? Also da steht einfach ein Plural im Online-Vorträge. Ja, sagt es einfach, ob das jetzt fünf oder sechs Vorträge jedenfalls sind, mindestens zwei, oder ob da eigentlich ein Singular stehen hätte sollen, dass man das in einer Veranstaltung thematisiert. Ja, Stimme, ich zu übertragen. Julian Blanker, junge liberale Studierende. Ich melde mich ab und übertrage meine Stimme an Alina Schlenz und wünsche euch noch viel Spaß für die weitere Sitzung. Alina Schlenz, junge liberale Studierende. Es ist drei Uhr vierunddreißig, ich melde mich an. Alice? Alice, doch ein Gras. Ich finde das eigentlich relativ lustig, weil normalerweise wird bei uns gesagt, wir schränken zu viel ein und jetzt schränken wir zu wenig ein. Vorträge ist, so wie es da steht, den Veranstalterinnen vorbereitet, wie viele Vorträge das sind. Aber ja, natürlich mindestens zwei, weil es mehr zahlt. Okay, danke. Gibt es noch Wartmeldungen zu diesem Antrag? Gibt es noch etwaige Abänderungen oder ist es geklärt worden? Okay. Gut, wenn es keine Wartmeldungen oder Abänderungsanträge oder whatever mehr gibt zu diesem Antrag, dann kommen wir zur Abstimmung. Wir stimmen über den Antrag so ab, wie ihr ihn gebeamt seht. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Neun Enthaltungen pro Stimmen? Somit ist der Antrag einhellig angenommen. Danke. Gibt es Protokollierungen des Stimmverhaltens? Keine. Dann kommen wir zum nächsten Antrag von der GRAS. Sekunde. Corona verschärft die Situation von Menschen mit Beeinträchtigungen. Gegen Steuern jetzt. Danke, der Titel ist jetzt eh schon genannt worden. Ich würde jetzt einfach ganz kurz die Rückmeldungen, was wir gekriegt haben, sind eingearbeitet. Und ich würde gleich zu den drei Beschlusspunkten gehen. Der erste wäre, das Referat für Barrierefreiheit muss eine Erhebung durchführen, um alternative Prüfungsmodi in Zeiten des Distance Learning zu finden. Erste Ergebnisse dieser Erhebung müssen bei der zweiten ordentlichen Sitzung der ÖH-Bundesvertretung im Sommersemester 2021 präsentiert werden. Die ÖH-Bundesvertretung möge beim zweiten Beschlusspunkt folgendes beschließen. Zum Tag der Inklusion am 5. Mai 2021 muss das Referat für Barrierefreiheit in Zusammenarbeit mit dem Queer-Referat, dem Referat für feministische Politik und dem Referat für Menschenrechte und Gesellschaftspolitik eine Presseaussendung und Social Media Postings vorbereiten. Dabei soll auf die schwierige Lage von Menschen mit Beeinträchtigungen und insbesondere Studierenden mit Beeinträchtigungen in Zeiten der Pandemie hingewiesen werden und ein deutliches Statement zur Selbstbestimmung und Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen gesetzt werden. Die Presseaussendungen und die Social Media Postings müssen vom Referat für Öffentlichkeitsarbeit inhaltlich unverändert ausgeschickt werden. Einzig Format und Layout dürfen abgeändert werden. Beim letzten Beschlusspunkt geht es darum, dass das Referat für Barrierefreiheit Anfang Juni mit Studierenden, Studierenden mit Beeinträchtigungen und InteressensvertreterInnen für Menschen mit Beeinträchtigungen zu einem Online-Austausch einlädt und dabei folgende Fragen behandelt. Was kann für zukünftige Krisen aus der aktuellen Situation mitgenommen werden, beziehungsweise was kann besser gemacht werden? Dieser Call muss aufgenommen werden. Im Anschluss müssen Sequenzen aus der Aufzeichnung zu den wichtigen Themen und Aussagen auf allen der ÖH zur Verfügung stehenden Social Media Plattformen gepostet werden. Diese Sequenzen dürfen nur dann veröffentlicht werden, wenn die jeweils darauf Abgebildeten der Veröffentlichung zustimmen. Ich hoffe auf breite Zustimmung. Danke. Gibt es Wartmeldungen? Thomas? Thomas Knoch, Hochschulerinnschaft an der Fachhochschule Kärnten. Vielleicht sieht nur ich das so. Für mich ist der Begriff Personen mit Behinderung treffender, weil die Behinderung eine soziale Komponente hat. Das heißt, Behinderung entsteht durch unter anderem die Gesellschaft, durch Räume, die nicht adaptiert sind, durch alles Mögliche. Aber das ist nur so ein kleiner Einwurf. Gibt es noch weitere Wortmeldungen? Alice? Alice, danke für die Anmerkung. Wir haben den Antrag aber mit der jetzt gewählten Referentin für Barrierefreiheit besprochen und der wurde auch von ihr so quasi das OK gegeben. Und deswegen haben wir das gemacht. Sorry, es ist schon spät. Danke. Danke. Gibt es noch weitere Wortmeldungen? Schaut nichts aus. Dann kommen wir zur Abstimmung über den Antrag in der vorliegenden Form. Frau, gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Keine. Damit ist der Antrag einstimmig angenommen. Danke. Gibt es Protokollierungen des Stimmverhaltens? Keine. Dann kommen wir zum nächsten Antrag von der GRAS. Systemkritik in der ÖH. Laura, bitte. Laura, Ratzberger, Gras. Also folgendes. In der Klimakrise, große Herausforderung. Kommt es immer wieder vor, dass man so hört, ja, der Einzelne soll dazu beitragen und der Einzelne hat es in der Hand, dass der Planet gerettet wird. Und man hat irgendwie permanent ein schlechtes Gewissen, obwohl er eigentlich irgendwie große Kooperationen, und es ist eigentlich ein großes gesellschaftliches Problem und ein politisches Problem. Und auch wenn der Einzelne natürlich sich berufen fühlen kann, einen Beitrag zu leisten, macht es das Kraut nicht fett, sozusagen. Deshalb haben wir da ein paar Punkte. Das Referat für Umwelt und Klimapolitik organisiert zwischen dem 01.04.2021 und dem 30.04.2021. eine Veranstaltung zum Thema Individualkritik, also Systemkritik und so weiter. Ich lese jetzt diese anderen tausend Punkte nicht vor, ihr könnt es euch hier durchlesen. Danke. Gibt es Wortmeldungen? Julian? Julian Beckler, Aktionsgemeinschaft. Mich stört eigentlich nur eine Sache an dem Antrag, nicht am Antrag so sehr, sondern dass es eine neue Aufgabe für das neu eingerichtete Referat ist. Und das neue eingerichtete Referat hat im Bericht, der uns leider nur schriftlich zugegangen ist, gesagt, es gibt eine geltende Beschlusslage. Laut der haben Sie sechs Dinge zu bearbeiten aus einem großen Antrag, den wir einstimmig beschlossen haben im Juni letzten Jahres. Er ist von der Aktionsgemeinschaft gemeinsam mit der GRAS gestellt worden. Es haben sich alle Fraktionen dazu entschieden, da mitzustimmen. Und das Referat hat gesagt, Sie können jetzt aber nur mehr drei dieser Punkte erfüllen und deswegen stellen Sie drei Punkte als nicht so wichtig zurück. Das finde ich nicht besonders gut gegenüber geltender Beschlusslage und auch nicht besonders respektvoll gegenüber diesem Gremium. Und jetzt würde man mit diesem Antrag sagen, ein Referat, das im Bericht gesagt hat, wir können von unserer geltenden Beschlusslage nur drei von sechs Dingen erfüllen, weil sonst haben wir nicht genug Zeit. Würden wir jetzt eine neue, eine siebte Aufgabe geben, das passt für mich nicht zusammen. Ich finde, das, was einstimmige, geltende Beschlusslage der BV ist, sollte einmal prioritär abgearbeitet werden. Und das würde ich mir einfach wünschen. Danke, Stefan. Stefan Bartosch-Gras, ich kann das relativ kurz machen. Der Antrag ist mit dem Referat abgesprochen. Und um auch dem Julian ein gutes Gefühl zu geben, würde ich vorschlagen, dass wir im Sinne der Antragstellerin im Referat ein bisschen mehr Zeit geben. Dann muss ich zu Julian weniger Sorgen machen. Und wir ändern das daher im Sinne der Antragstellerin auf den, was haben wir dann, 31.05. Ja, sowas in die Richtung, also Ende Mai halt. Okay, gibt es noch Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir über den Antrag ab. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Pro Stimmen? Danke, somit ist der Antrag mehrheitlich angenommen. Gibt es Protokollierungen des Stimmverhaltens? Keine. Wow, ich bin echt impressed, wie schnell wir voranschreiten. Wir kommen zum nächsten Antrag von der Gras, demokratisch dem Klima verpflichtet. Bitte um Vorstellung, Raphael. Raphael, Nawet Gras, wir schließen den Antrag, den wir gerade schon klimapflichtet. Im Wort der Sponsor zuerst, wir fordern eine namentliche Abstimmung. Wir strecken mitten in der größten Krise der Zweiten Republik, der Klimakrise. Gerade junge Menschen, wie es auch viele Studierende sind, werden in Zukunft viele Jahre unter den Folgen dieser Krise leiden. Da liegt es als gesetzliche Interessensvertretung, eben diese Studierenden in unserer Verantwortung dafür Sorge zu tragen, dass die Auswirkungen in der Klimakrise möglichst gering gehalten werden. Also über Bundesvertretung haben wir in diese Richtung bereits viele wichtige Schritte gesetzt. In dieser Periode haben wir beispielsweise ein Referat für Umwelt- und Klimapolitik eingerichtet und beschlossen, bei unseren Sitzungen auf Fleisch zu verzichten und vorwiegend vegane Produkte zu verwenden. Doch all das ist nicht genug. Wir dürfen nicht aufhören, die Klimakrise zu bekämpfen und müssen Sorge dafür tragen, dass wir als ÖH in all unseren Entscheidungen und Handlungskritten klimaneutral agieren. Diesen Prinzipien sind auch bei der kommenden ÖH-Wahl 2021 einzuhalten. Die ÖH-Bundesvertretung möge daher beschließen, die ÖH muss sämtliche Maßnahmen zur Mobilisierung der ÖH-Wahl 2021 möglichst ressourcenschonend planen und umsetzen. Jegliches Verteilmaterial, Merchandise der Wahlgeschenke, welche für die ÖH-Wahl 2021 seitens der ÖH-Bundesvertretung angeschaffen werden, müssen CO2-neutral sein. Sollte es für unser Beschaffendes Gut keine CO2-neutrale Option geben, so muss der ÖH prüfen, ob am Markt andere Produkte zur Verfügung stehen, den Zweck des geeigneten Gutes erfüllen und CO2-neutral sind und gegebenenfalls dieses CO2-neutrale Produkt anschaffen. Besteht für die ÖH trotz dieser Suche keine Option, ein CO2-neutrales Produkt zu erwerben, muss sie jenes Gut anschaffen, welches den geringsten CO2-Fußertdruck aufweist. Die ÖH verpflichtet sich, dass durch dieses Produkt imitierte CO2 innerhalb von zehn Studientagen zu kompensieren. Die ÖH veröffentlicht spätestens zwei Wochen nach dem ersten Wahldeck der ÖH-Wahl 2021 auf ihrer Webseite eine Übersicht, welche Güter zur Mobilisierung zur ÖH-Wahl 2021 angeschafft wurden. Für jedes einzelne Gut muss aufgeschlüsselt werden, wie viel CO2 es emittiert hat und gegebenenfalls auch, durch welche Maßnahmen dieses emittierte CO2 kompensiert wurde. Danke. Dora? Dann Marianne. Dora, wir waren positiv überrascht vom vorigen Antrag, das von der Gras-Initiative kommt, sich mit Systemkritik zu beschäftigen, was auch genau der Punkt ist, warum wir diesem Antrag nicht zustimmen werden, nachdem wir uns als Vorsitzende ganz klar gegen jegliche Art von Konsumkritik, wenn es um Klimaschutz und Nachhaltigkeit geht, aussprechen. Also alles, was CO2-Emitierung, die kompensieren und so weiter betrifft, das ist nichts als reine Augenauswischerei, womit man sich dann irgendwie von der Schuld freikaufen kann, dass man irgendwas aus Plastik gekauft hat, was wir wirklich absolut nicht sinnvoll finden, irgendeine Art von Ablasshandel zu betreiben. Wir wissen, dass der höchste CO2-Ausstoß nicht von Kugelschreibern oder Flugreisen kommt, sondern aus der Industrie. Dementsprechend würden wir uns da auch eher für einen Systemwandel aussprechen, denn für individuelle Konsumveränderungen. Danke. Marianne. Marianne Hofbauer, Frau Sistö, die DOR hat mir schon sehr viel vorweggenommen. Ihr schreibt in eurem vorigen Antrag, dass die Großkonzerne dafür verantwortlich sind. Ich zitiere eure Kollegin. Individuelle Entscheidungen machen das Graut nicht fett. Ich spare mir die Wortmeldung bei den nächsten paar Anträgen, die von euch kommen. Mich wundert das aber schon, wie er so widersprüchliche Sachen jetzt als Anträge einbringt. Danke, Stefan. Stefan Badusch-Grass, die Sache ist ganz einfach. Ich glaube, man muss sich nicht immer nur für eines von diesen beiden Sachen entscheiden, voll und ganz. Und in dem Fall reden wir nicht von einer Einzelperson, sondern wir reden von einer Organisation mit dutzenden Mitarbeiterinnen. Wir reden von einer Organisation mit einem Budget in Millionenhöhe im Jahr und natürlich macht es da einen Unterschied, wie dieses Geld irgendwo verwendet wird. Also das geht nicht darum, dass wir jetzt irgendeiner Arbeiterin, um im roten Milieu zu bleiben, sagen wollen, dass sie nicht mehr mit dem Auto fahren soll, sondern es geht darum, dass eine Organisation mit einem Millionenbudget sich überlegt, wie sie verantwortungsvoll und nachhaltig wirtschaftet. Und ich verstehe nicht, warum sich das nicht mit Systemkritik ausgehen soll. Danke. Matthias Thoma-Grass, also möchte ich mich ganz kurz halten. Es wird jetzt wieder ein bisschen philosophisch, aber Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Genauso wenig werden wir die Klimakrise in wenigen Tagen überstehen und überwältigen können. Vor allem finde ich es ein bisschen schade, dass wir nicht einmal die kleinen Dinge gemeinsam zum Rollen bringen. Und es hätte mich gefreut, wenn wir das Ganze jetzt eben zusammen einheitlich beschlossen haben, aber kann man nichts machen. Danke. 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 Gibt es noch weitere Wortmeldungen? Ja, Raphael? Raphael, ich kann mich den beiden Vorrednern nur anschließen. Ich möchte noch weiter tun, dass auch gerade MDH auf jeden Fall eine Vorbildfunktion hat. Das, was wir tun, kann Vorbild sein für andere Unternehmen. Das, was wir tun, kann Anreiz für andere Unternehmen sein, ebenfalls länger darüber nachzudenken, genauer darüber nachzudenken, was man da im Millionenbudget machen kann. Das heißt, das ist hier definitiv etwas, was sehr wichtig ist und was dazu beitragen kann, eben das System zu verändern, was eben nicht die angesprochene Arbeit da in betrifft. Weiters möchte ich Anna anmerken, es geht ja jetzt an einem Ablasshandel oder so, dass man jetzt da 50 Tonnen Plastik kauft und da vier irgendwo fünf Bauer pflanzen, ganz im Gegenteil, wenn man den Antrag genau durchliest, war es, es geht hauptsächlich darum, dass man überhaupt keinen CO2 emittiert. Nur manchmal ist es halt, weil eben unser System nicht so ist, wie es sein sollte, nicht möglich, dass man Produkte, die vollständig CO2-neutral sind. Und nur wenn es eben nicht die Option gibt, dass man CO2-neutral Produkte erwirbt, nur dann soll es möglich sein, dass man aber, weil man eben einen Zweck zu erfüllen hat, Produkte erwerben kann, die eben dann, leider Gottes, weil es nicht anders geht, CO2 emittieren. Und wenn wir dann sagen, hm, ja, gut, ist halt so, scheiß mal drauf, emittieren wir es halt, wollen eben wir, also dann die Verantwortung übernehmen und sagen, gut, passt, das System ist nicht so, wie es sein sollte, entspricht nicht unseren Idealen, dann machen wir aber das Beste draus. Es ist dann immer das Optimale, es nicht wie es sein soll, aber besser als nichts ist es. Und genau da ist es eben eben, dass wir das CO2, was dann emittiert wird, nochmal kompensieren. Weil es ist einfach die beste Option und die einzige Option, die wir als Bundesvertretung haben, beginnen, das System zu verändern und damit die Zukunft der Studierenden zu retten. Denn ich möchte jetzt eine Wahlkampagne von einer Fraktion zitieren, es ist Zeit für Zukunft und dementsprechend müssen wir auch diesen Antrag positiv abstimmen. Gibt es noch Wortmeldungen? Okay, es gibt keine Wortmeldungen, aber was es schon gibt, ist ein Antrag auf namentliche Abstimmung. Das heißt, wir schreiten jetzt zur Abstimmung über den Hauptantrag. Ich würde die Mandatare und Mandatarinnen der Aktionsgemeinschaft nach vorne bitten. Sebastian Mühlbauer. Sebastian Mühlbauer, Aktionsgemeinschaft, ich stimme gegen diesen Antrag. Julian Peckler. Julian Peckler, Aktionsgemeinschaft, ich stimme gegen diesen Antrag. Jörg Treiber. Jörg Treiber, Aktionsgemeinschaft, ich stimme gegen diesen Antrag. Sabine Hanger. Sabine Hanger, Aktionsgemeinschaft, ich stimme gegen diesen Antrag. Maximilian Wagner. Maximilian Wagner, Aktionsgemeinschaft, ich stimme gegen diesen Antrag. Thomas Leitner. Marcel Staniszewski. Marcel Staniszewski, Aktionsgemeinschaft, ich stimme gegen den Antrag. Florida Klebinder. Florida Klebinder, Aktionsgemeinschaft, ich stimme gegen den Antrag. Alexandra Neu. Alexandra Neu. Alexandra Neu, Aktionsgemeinschaft, ich stimme gegen den Antrag. Thomas Leitner. Thomas Leitner, ich stimme gegen diesen Antrag. Josef Potiker. Josef Potiker, Aktionsgemeinschaft, ich stimme gegen diesen Antrag. Johanna Gruber. Johanna Gruber, Aktionsgemeinschaft, ich stimme gegen diesen Antrag. Johannes Petric. Johannes Petric, Aktionsgemeinschaft, dagegen. Patrick Schieber. Patrick Schieber, Aktionsgemeinschaft, ich stimme gegen diesen Antrag. Markus Baurecht. Markus Baurecht, Aktionsgemeinschaft, ich stimme gegen diesen Antrag. Carolina Engstfeld, und ich würde die Mandatarin in der Gras langsam nach vorne bitten. Caroline Engstfeld, Aktionsgemeinschaft, ich stimme gegen diesen Antrag. Adriana Nowakowitsch. Adriana Nowakowitsch-Grass, ich stimme für diesen Antrag. Alice Socher. Alice Socher-Grass, ich stimme für diesen Antrag. Matthias Thoma. Matthias Thoma-Grass, ich stimme für diesen Antrag. Stefan Bartosz. Stefan Bartosz-Grass, ich stimme für diesen Antrag. Philipp Brüger. Philipp Brüger-Grass, ich stimme für diesen Antrag. Oliver Schmidt. Oliver Schmidt. Oliver Schmidt. Oliver Schmidt, ich stimme für diesen Antrag. Paul Benteler. Aus. Paul Benteler-Grass, ich stimme für diesen Antrag. Raphael Neuwirth. Raphael Neuwirth-Grass, ich stimme selbstverständlich für diesen Antrag. Laura Otzelberger. Laura Otzelberger-Grass, ich stimme für diesen Antrag. Philipp Neuhofer. Philipp Neuhofer-Grass, ich stimme für diesen Antrag. Caroline Gürtel. Caroline Gürtel-Grass, ich stimme für diesen Antrag. Philipp Rotmann. Philipp Rotmann-Grass, ich stimme für diesen Antrag. Maria Joweska. Maria Joweska-Grass, ich stimme für diesen Antrag. Dora Jandl. Dora Jandl, falls ich stimme gegen diesen Antrag. Marianne Hofbauer. Marianne Hofbauer, falls ich stimme gegen diesen Antrag. Hannah Czernoharski. Hannah Czernoharski, falls ich stimme gegen diesen Antrag. Sophie Lehner. Sophie Lehner, falls ich stimme gegen diesen Antrag. Maximilian Niedermeyer. Maximilian Niedermeyer, falls ich stimme gegen diesen Antrag. Serafina Demakko. Serafina Demakko, falls ich stimme gegen diesen Antrag. Lea Gedina. Lea Gedina, falls ich stimme gegen diesen Antrag. Daniel Pregler. Daniel Pregler, falls ich stimme gegen diesen Antrag. Leocadia Grolmus. Leocadia Grolmus, falls es der Ö, ich bin dagegen. Paul Pumsenberger. Paul Pumsenberger, falls ich stimme gegen diesen Antrag. Stephanie Berger. Stephanie Berger, falls ich stimme gegen diesen Antrag. Nadata Ali Mohamed, falls ich stimme gegen diesen Antrag. Sarah Velic. Sarah Velic, falls ich stimme gegen diesen Antrag. Die Mannertare und Mannertarinnen der Junos. Jan-Peter Sterring. Jan-Peter Sterring, Juno Studierende, ich stimme für diesen Antrag. Steffen Slager. Steffen Slager, Junge Liberale, Studierende, ich stimme für diesen Antrag. Alina Schlenz. Alina Schlenz, Junge Liberale, Studierende, ich stimme für diesen Antrag. Lukas Schobersberger. Lukas Schobersberger, Junge Liberale, Studierende, ich stimme für diesen Antrag. Johannessa Blattnig. Johannessa Blattnig, Junos, Junge Liberale, Studierende, ich stimme für diesen Antrag. Sophie Wotschke. Sophie Wotschke, Junge Liberale, Studierende, ich stimme für diesen Antrag. Die Mannertare und Mannertarinnen der Flö, Desmond Großmann. Desmond Großmann, Familie Flö, ich stimme gegen diesen Antrag. Boryana Badinska. Boryana Badinska, Familie Flö, ich stimme gegen diesen Antrag. Wolfgang Dentana. Wolfgang Dentana, Familie Flö, ich stimme gegen diesen Antrag. Lisa Baumgartner. Lisa Baumgartner, Familie Flö, ich stimme gegen diesen Antrag. Naima Gubara. Naima Gubara, Familie Flö, ich stimme gegen diesen Antrag. KSV KJÖ, Dario Tabata Bay. Kein Stress. Also wirklich, kein Stress. Dario Tabata Bay, KSV KJÖ, ich stimme dagegen. Alles klar. Wir haben somit den Wahlvorgang abgeschlossen oder den Abstimmungsvorgang. Eine Sekunde. Okay, gut, das Abstimmungsergebnis liegt vor. Es ist, der Antrag ist mehrheitlich gefallen. Gibt es Protokollierung des Stimmverhaltens? Sofie, also Sofie, Sarah, Marianne, Desmond. Sofie Wotschke, Juno, Junos, fuck. Ich habe für diesen Antrag gestimmt, weil Umwelt ein extrem wichtiges Thema ist und hier auch die ÖH eine Vorreiterrolle einnehmen sollte. Serafina. Serafina Demakhofer aus der STÖ. Ich habe gegen diesen Antrag gestimmt, weil Konsumkritik ist Klassenhass und das kann ich nicht mit meinem sozialistischen Gewissen vereinbaren, weil dieser Antrag vor Konsumkritik nur so strotzt. Danke. Marianne. Ich habe gegen diesen Antrag gestimmt, weil, wie wir schon gelernt haben, heute die Großkonzerne für den Klimawandel verantwortlich sind und ich die ÖH jetzt nicht als ein gewinnorientiertes Unternehmen einstufen würde. Desmond. Desmond Grossmann, Familie Flö. Ich habe gegen diesen Antrag gestimmt, da erstens er ein meiner Meinung nach Greenwashing-Antrag ist und zweitens CO2 zwar ein großes Problem ist, das aber in den künftigen Jahrzehnten zum Beispiel Methan uns noch ordentlich, ordentlich einheizen wird. Und das meine ich leider wörtlich. Danke. Das ist ein sehr, 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 sehr vieles und sehr vieles huntet. Und das ist ein langes Jahr. Veil ist ein langes Jahrzehnt. Die ÖH-Bundesvertretung möge daher beschließen, das Referat für Umwelt- und Klimapolitik muss gemeinsam mit dem Referat für Öffentlichkeitsarbeit eine Zero-Waste-Kampagne entwickeln, in der die Problematik unserer Ressourcennutzung in Bezug auf die Klimakrise thematisiert wird, sowie Handlungsmöglichkeiten für den Umstieg auf Zero-Waste aufzeigt. Diese Kampagne muss den Listensprecherinnen bis zum 05.04.2021 vorgestellt und nach einer Einarbeitung des Feedbacks sowie dessen Vorstellung bis zum 21.04.2021 auf allen Social-Media-Kanälen der ÖH gepostet werden. Im Zuge der Zero-Waste-Kampagne müssen Studierende in Form einer Zero-Waste-Challenge dazu aufgerufen werden, im Monat Mai für vier Wochen ihren Müll zu reduzieren. Ziel soll es sein, das Gesamtaufkommen kleiner als den Inhalt eines 500-Milliliter-Glases zu halten. Darüber hinaus muss die ÖH ihr Abfallaufkommen pro Woche der Räumlichkeiten der Taubstimmunggasse 7 bis 9 evaluieren und auf Grundlage dieser Daten ein Konzept zur Reduktion der Abfälle erarbeiten. Dieses Konzept muss den Listensprecherinnen inklusive der Abfallevaluation bis zum 30.04.2021 vorgestellt werden. Und unten wieder unsere bekannten Posting-Forderungen, die ich jetzt nicht nochmal extra ausführen werde. Danke. Danke schön. Also Julian, dann Caro, dann Johanna, dann Hanna, dann Desmond, dann Patrick. Ein bisschen das, was ich schon vorher gesagt habe, aber in dem Fall noch drängender. Ich weiß, wir verbringen echt viel Zeit in diesen Sitzungen und man kann sich nicht an alles erinnern und so, aber jeder dieser drei Punkte ist geltende Beschlusslage. Wir haben im Juni vor einem Jahr einen sehr großen Umweltantrag abgestimmt, einstimmig. Die GRAS, die KEA war mit mir gemeinsam Antragstellerin. Es gibt in diesem Antragspunkt zum Thema Müll- und Recyclingkonzept drei Punkte. Der erste ist, dass das Referat ein Konzept dazu erstellen soll. Das ist der erste Punkt, dass er das ausschicken soll. Auch hier der zweite Punkt und dass er auch das Konzept für die ÖH in der Taubsturmengasse selbst machen soll und dort übrigens an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausschicken soll und das auch über Social Media kommunizieren. Das heißt, von diesem bereits bestehenden Beschluss von vor zwölf Monaten oder nicht ganz zwölf Monaten, acht Monaten, ist das genau geltende Beschlusslage. Und jetzt würden wir es dann genau noch einmal beschließen. Das macht einfach keinen Sinn. Und dazu noch extra, das ist einer der drei Punkte, wo das Referat in Ihrem Bericht für heute geschrieben hat. Damit setzen Sie sich in dieser Periode nicht mehr auseinander, weil dafür haben Sie nicht genug Zeit, haben Sie geschrieben. Lest das im Bericht nach. Jetzt tragen wir einer das Ganze noch einmal auf, was eh schon geltende Beschlusslage ist für die Periode, obwohl Sie sich nicht damit beschäftigen wollen. Wirklich, lies es noch, wir können gerne darüber reden, Stefan. Caro, dann Johanna. Caroline Engsfeld, Aktionsgemeinschaft. Julian, ich muss dich leider korrigieren. Ganz so ist es nicht Beschlusslage, weil euer Antrag war ein bisschen konkreter, weil hier ist der Müll der Taubsturmengasse 7 bis 9 gemeint, dass es nicht auf die ÖH beschränkt. Und wenn man es nachgoogelt, auch die Post in der Taubsturmengasse hat die Adresse Taubsturmengasse 7 bis 9. Ich glaube nicht, dass wir wissen wollen oder sammeln wollen, wie viel Müll der Post sammelt. Johanna, bitte. Ja, ich möchte bitte nur kurz auf die nicht mögliche Durchführung des letzten Punktes hinweisen. Wie ihr im Bericht am 11.12. von uns gehört habt, befinden sich derzeit unsere MitarbeiterInnen ausschließlich beinahe im Homeoffice. Das heißt, die Leute sind nicht im Büro bzw. nicht verpflichtend. Ergo, sie bringen ihren Müll von zu Hause nicht auf die BV. Ergo, es gibt keinen Müll auf der BV momentan bzw. nur in sehr reduzierter Form. Eine Erhebung im April ist daher überhaupt nicht repräsentativ. Der ohnehin wenige Müll, da jetzt zu evaluieren, wie wir den noch weiter reduzieren könnten, sehe ich als sehr unrealistisch. Dankeschön. Danke, Hannah. Und ich würde alle, die vorher aufgezeigt haben, nochmal kurz bitten. Ich habe ein paar Leute vergessen, glaube ich. Ja. Okay. Okay. Ja, passt. Hannah. Ja, ich muss jetzt auch noch was dazu sagen und ich mache es jetzt einmal, weil dann kann man sich es für die restlichen Anträge sparen, weil da gilt das Gleiche dafür. Ich bin ein bisschen grantig, weil mir ist Klima auch sehr wichtig, weil ich mich schon vor längerer Zeit mit der Realität abfinden habe müssen, dass wenn nicht ich, meine Kinder oder meines Kindeskinder entweder in dieser Klimakrise ein fürchterliches Leben führen müssen oder daran sterben, eventually. Und deshalb finde ich es so arg, dass unser Diskurs ist sowas. Das ist Selbstbeschäftigung. Wieso können wir nicht darüber sprechen, wie wir real Klimapolitik machen können, wie wir realen Klimaaktivismus machen können, welche Klimainitiativen man unterstützen kann, was vielleicht realpolitisch coole Forderungen wären. Deshalb finde ich, kann man für diesen Antrag wie für die Nächsten auch ein bisschen sagen, wofür. Das ist so klein gedacht und das bietet keine Antworten, die Menschen wie ich, die Studierende heute brauchen, die sich damit real beschäftigen müssen. Deshalb bin ich ein bisschen enttäuscht. Desmond, dann Patrick, dann Stefan. Desmond, Sie zurück. Patrick. Dann Sophie. Patrick Schieber, Aktionsgemeinschaft. Zunächst einmal zum zweiten Forderungspunkt. Ihr verlangt so, dass mehr oder weniger das Ziel sein soll, dass innerhalb von vier Wochen der Müll in ein 500 Milliliter Glas passen soll. Ich weiß nicht, wie ihr euch das vorstellt, aber ich glaube, das schafft keine einzige Person da im Raum, geschweige denn irgendeine studierende Person. Vielleicht habt ihr 500 Liter gemeint oder so, weil, ja, 500 Milliliter ist sehr unrealistisch. Und was ich auch sehr bedenklich finde, ist, dass wir auf der UV-Uni Wien in der vierten Sitzung dieser Periode einen ÖHW-Streport beschlossen haben. Und dann ist die Grasse hergekommen und hat darum gebeten, dass der aufgehoben wird, weil der will ja das Referat leben. Nur da waren konkrete Punkte drinnen, die sinnvoll waren, die wirklich zur Müllreduktion beitragen. Und das ist einfach nur ein Pseudo-Antrag, der de facto keinen Mehrwert für Müllreduktion bringt, sondern einfach nur als Propaganda ist. Und deswegen finde ich es schade, dass mehr oder weniger konkrete Anträge, die wirklich was bringen, auf UV-Ebene wieder fallen gelassen werden. Aber dann hier auf der BV solche sinnlosen Anträge gestellt werden, die keinen Nutzen haben, aber uns jetzt wertvolle Zeit kosten. Stefan, dann Sophie, dann Matthias. Stefan Bartelsch-Graß, danke für das diverse Feedback, ich gehe gerne auf möglichst viel davon ein. Caro, du hast komplett recht, ich habe einfach, wie ich das ausgebessert habe im Antrag, einfach nicht gut genug formuliert, du hast komplett recht. Johanna, ich glaube schon, dass es Sinn machen könnte, auch wenn es nicht repräsentativ ist, du hast vollkommen recht, natürlich ist es jetzt ein viel geringeres Müllaufkommen. Ich glaube trotzdem, dass es sinnvoll wäre, warum, der zentrale Punkt ist natürlich, also in diesem Antrag ist natürlich der mittlere Punkt, dass es darum geht, Studierende darauf aufmerksam zu machen, wieder Awareness zu spreaden, ganz allgemein für dieses Müllproblem, das wir ganz einfach als Gesellschaft haben, um doch Studierende dazu aufzufordern, sich damit zu beschäftigen. Und, da kann ich auf den Patrick replizieren, natürlich ist es möglich. Also, das ist nichts, was wir heute erfunden haben, es gibt diese Zero-Waste-Bewegung seit längerem, es gibt ganz viele Menschen, die das schaffen einen Monat lang. Ich weiß nicht, ob ich es selber schaffen würde, aber das wäre sicher mal ein Versuch wert. Und um auf dich zu replizieren vorher, der Beschluss, den wir letztes Jahr, das, was wir letztes Jahr beschlossen haben, hat sich, war terminiert mit dem Ende des letzten Jahres. Das ist leider nicht passiert, wir hoffen, dass dadurch und gerade eben durch dieses mittlere Element, also dadurch, dass jetzt Awareness geschaffen werden soll, vor allem unter Studierenden, da hoffentlich doch nochmal mehr passieren kann und dass wir diesem Thema einen neuen Push geben können insgesamt. Das heißt überhaupt nicht, dass der Beschluss vom letzten Mal unnötig gewesen wäre oder aufzuheben wäre oder sonst irgendwas. Und noch ein letzterer Blick auf den VSSDÖ, die GRAS hat in den letzten Sitzungen und ich meine seit circa einem Jahr in jeder Sitzung bewiesen, dass wir umfassende systemkritische Anträge einbringen und auch Anträge, die einfach die Rahmenbedingungen verändert haben. Ohne uns gäbe es dieses Klimareferat nicht, dem wir heute gerne diese Aufgabe geben würden. Ohne die GRAS hätte es vielleicht diesen Beschluss damals nicht gegeben, den wir gemeinsam mit der AG, also damals eingebracht haben. Wo es umfassende auch um die Finanztruktur gegangen ist, wo ganz viel daraus entstanden ist, wo Arbeitsgruppen daraus entstanden sind und so weiter und so fort. Ohne die GRAS hätte es diverse Projekte nicht gegeben, wo sich die, wo die, ohne die GRAS hätten wir, glaube ich, den Klimanotstand nicht ausgerufen damals in der BV, oder? Bitte. Also es gibt gerade in der aktuellen Exekutivperiode eine Vielzahl an Anträgen, die wir eingebracht haben, wo es um konkrete Klimapolitik geht, wo es um politische Maßnahmen geht und ich verstehe weiterhin nicht, warum die Roten es nicht schaffen, beide Dinge nebeneinander zu sehen. Trotzdem zu sehen, dass man auch Awareness schaffen kann und nein, es ist kein Klassenhass, wenn man Leuten sagt, dass sie sich mit einem Thema auseinandersetzen können. Wir verbieten hier niemandem irgendwas, sondern wir wollen Menschen etwas aufzeigen, eine zusätzliche Möglichkeit. Und deswegen hoffe ich auf breite Zustimmung für den Antrag, der eine weitere Möglichkeit aufzeigen kann. Dankeschön. Sophie, bitte. Sophie Wotschke, Jonas, ich habe gerade gelernt, die GRAS ist für Klimaschutz, bahnbrechend. Danke, Stefan. Nein, ich habe wirklich einen anderen Punkt, weil es öfter angesprochen wurde, dass das Konsumkritik ist. Das finde ich eigentlich nicht. Wenn ich jetzt ein Unternehmen mir anschauen würde, das 25 Millionen Euro hat, mit denen sie wirtschaften und 12 Millionen Euro in Rücklagen, würde man dann wollen, dass die umweltfreundlich agieren, ja oder nein? Wenn die Antwort ja ist, dann sollte man es auch bei einer Körperschaft öffentlichen Rechts wollen, was die ÖH ist. Das war es auch schon, sehr kurz. Matthias, bitte. Matthias, Thomas Gras. Meine Vorrednerinnen haben ein Gefühl der Wut bezeugt, das würde ich gerne teilen. Ich bin zudem noch ziemlich verwirrt, weil man erwartet für uns als GRAS handgreifliche Klimapolitikanträge. Aber wenn wir als GRAS einen Antrag zur CO2-Reduzierung beim kommenden ÖH-Wahlkampf machen, was wohl für uns als ÖH-Bundesvertretung, ich denke, ziemlich machbar sein sollte, verurteilt man uns wieder aufs Härteste, lehnt diesen Antrag ab und stellt uns danach wieder als die Blöden darunter. Also, ich komme da nicht ganz mit. Danke. Philipp, bitte. Philipp, Brüger, Gras. Ich habe in der letzten Stunde scheinbar drei Dinge gelernt, die finde ich sehr spannend. Zum einen ist die Kritik einer öffentlichen, Entschuldigung, der Konsum einer öffentlichen Institution zu kritizieren, Klassenhaus. Vielleicht kann mir wer erklären, wie genau die Klasse der ÖH-Bundesvertretung ausschaut und vielleicht dann auch noch weiterführend, ob die Bundesregierung eine eigene Klasse ist, die Landesregierung eine eigene Bundesländer, I don't know. Ich kenne mich nicht aus, muss ich ehrlich sagen. Also, ich finde es einfach komisch, das gleichzusetzen mit einer Klasse. Aber egal. Das Zweite war, scheinbar gibt es Mandatare der Aktionsgemeinschaft, die 500 Liter Müll in vier Wochen produzieren. Also, vorher war das so eine Implikation da. Also, ich muss da dazu sagen, das ist, natürlich sind 500 Milliliter in vier Wochen, das ist sehr ambitioniert, ja. Aber wenn man sich mit diesem Thema ein bisschen auseinandersetzt, Zero Waste, dann weiß man, dass es, es geht ja auch gar nicht darum, dass man dieses Ziel wirklich erreicht im ersten Testlauf. Also, ich sehe da eine Vortragende, die ich mehrmals an meine lokale ÖH holen durfte zu diesem Thema. Wir brauchen nicht wenige Menschen, die Zero Waste perfekt praktizieren. Wir brauchen ganz viele Menschen, die versuchen, Zero Waste zu praktizieren und so insgesamt eine Müllreduktion verursachen. Und das Dritte war, ja, Desmond, mag sein, dass Methan ein viel größeres Problem in Zukunft darstellen wird, das macht aber CO2 nicht irrelevant. Also, diesen Whataboutism bin ich eigentlich aus dem Krone vor Augen gewohnt. Danke. Lisa, dann Naima. Lisa, zieht zurück, Naima. Naima Kubara, Familie Flö. Wie wahrscheinlich allen in dem Raum ist mir die Klimakrise auch wichtig. Und in meinem Privatleben ist mir auch Müllreduktion extrem wichtig. Ich würde es sogar mal ausprobieren, ob sich das mit 500 Milliliter ausgeht. Ich glaube nicht, aber Stefan, wir können es sehr gerne zusammen im Mai probieren. Aber es ist ja auch eine Kampagne geplant, die im April stattfinden soll, mit der sich das ÖFREF beschäftigen soll. Ich bin eigentlich niemand, der das ÖFREF groß in Schutz nimmt, aber es steht eine Wahlkampagne an. Und ich fände es echt cool, wenn man das ÖFREF damit beauftragt, sich mit dieser Wahlkampagne zu beschäftigen und zu schauen, dass die Leute wählen gehen im Mai. Danach können wir uns in der neuen Exekutive voll gern mit Müllmanagement und whatever auseinandersetzen. Und das Zweite ist, auch wenn es nur auf die Faust bezogen war, das mit der Konsumkritik und so, ich antworte jetzt einfach drauf. Ich finde es fast ein bisschen verarschend, wenn man sich anschaut, welche Probleme Studierende gerade haben, dass man ihnen dann sagt so, hey, nutzt doch mal den Mai und lauft in einen Umwahrpaktladen und gibt es circa dreimal so viel Geld aus, wie ihr beim, keine Ahnung, Penny, Lidl, wer auch immer ihr sonst einkauft ausgeben würdet. Schaut, dass sich der Müll reduziert, weil finanzielle Probleme, Leistungsdruck, psychische Probleme haben wir offensichtlich alle nicht. Ja, also eh leihwand. Ich hätte mich gefreut, wenn die Gras in der Exekutivperiode einer linken Exekutive ein bisschen mehr gemacht sind in die Richtung. Und ein Klimareferat einrichten ist eh leihwand. Und ein Klimareferat durchgehend kompetent zu besetzen, wäre natürlich echt Legende. Sabine, bitte. Sabine, zieht zurück, Dora. Dora, ich würde mir eine Sache wünschen von der Gras, wenn ich darf. Ich hoffe, ich sage es einfach mal. Und das wäre das, wenn ihr schon 26 Anträge einbringt bei einer Sitzung. Und ja, es ist spät, wir wissen es alle. Aber ich würde mir grundsätzlich schon wünschen, dass wenn dann die Anträge vorkommen von der Gras, dass die Manatarinnen der Gras auch da sind, dass sie nicht schlafen, dass sie sich nicht die ganze Zeit unterhalten miteinander. Ich finde das ehrlicherweise ziemlich respektlos uns, allen anderen gegenüber, die versuchen irgendwie aktiv in dieser Antragsdiskussion teilzunehmen, wenn dann die Manatarinnen der betreffenden Fraktion einfach schlafen, wo das offensichtlich nicht interessiert. Gibt es noch Wortmeldungen? Alice? Alice Socher-Gras. Ja, die Manatarinnen der Gras wären vielleicht nicht so müde, würden vielleicht Aktionsgemeinschaften vor der Sitzungsunterbrechung von acht Stunden zustimmen, wie wir das gerne gehabt hätten, damit wir uns alle aussuchen können, damit wir die Anträge mit Interesse der Studierenden tatsächlich ausgeschlafen diskutieren können. Aber das ist ja natürlich nicht möglich. Okay, gibt es noch Wortmeldungen? Wolfgang? Wolfgang Tentner, Familie Flö. Wenn die Gras tatsächlich 26 Anträge im Interesse der Studierenden gestellt hätte, was nicht so ist, dann könnte man darüber diskutieren, dass das total Sinn macht. Herr Gott, tut es einfach nicht mehr. Hättet ihr in der Zeit, in der Exekutive, die gleiche Motivation und Energie gezeigt, solche Dinge umzusetzen, war das für mich ja jetzt vollkommen nicht okay, wenn wir da diskutieren. Es ist inzwischen 4.20 Uhr in der Früh und ihr geht zwar richtig auf die RR. Richtig! Okay, gibt es noch Wortmeldungen? Okay, ganz kurz nur. Ich würde uns alle bitten, dass wir uns jetzt hier zusammenreißen und nicht da jetzt komplett eskalieren. Also das ist echt nicht nötig. Auch an alle kommenden Wortmeldungen. und würde vorschlagen, dass wir vielleicht danach eine Pause machen und uns alle mal beruhigen. Ja, Matthias und dann Philipp. Matthias Thoma Gras. Also Kritik an Anträgen ist ja an sich zulässig und da sind wir sehr offen dagegen. Aber wenn man natürlich so ausdrucksweise, wie jetzt zum Beispiel Eier verwendet, im Nationalrat wird der Herr Stolzbecks-Kochrones an Ordnungsruf zugerufen. Also könnte man das vielleicht unterlassen. Wir sind ja immer noch bei der ÖH-Bundesvertretung. Also ein bisschen Respekt ist da bitte schon geboten. Philipp. Philipp Rüger-Gras. Ja, ich muss schon sagen, also ich bin mir relativ sicher, dass ich für so eine Aussage einen Ordnungsruf erhalten hätte. Ich hätte noch gerne zur Kenntnis genommen. Ich muss noch dazu sagen, ich verstehe gar nicht, wo die große Aufregung ist. Ich sehe da keinen Antrag auf Initiative hin, der, ich weiß nicht, so ein großes Projekt mit fünfstelligen, fast sechsstelligen Summen einfach in der Fraktion zuschreibt. Hatten wir auch schon, da war es, glaube ich, ein bisschen weniger niveaulos, die Wortmeldungen drauf. Aber, Burschen. Gibt es noch Wortmeldungen? Okay, es gibt keine Wortmeldungen mehr, wie ich das gerade sehe. Dann würde ich vorschlagen, wir stimmen diesen Antrag jetzt ab. Gibt es Gegenstimmen? Sechs Enthaltungen pro Stimmen? Gut, damit ist der Antrag mehrheitlich gefallen. Gibt es Protokollierung eines Stimmverhaltens? Gibt keine. Dann möchte eine Fraktion eine Sitzungsunterbrechung beantragen. Ich finde, es ist auch legit als Sitzungsleitung zum ordnungsgemäßen Weiterführen dieser Sitzung. Ja, weil das ist jenseits von Gut und Böse irgendwie. Ich würde vorschlagen, zehn Minuten Sitzungsunterbrechung. Es ist 4.23 Uhr. Wir machen weiter um 4.33 Uhr. Pünktlich, bitte. Danke. Vielen Dank. 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 Okay. Okay. Wir kommen zum nächsten und wir können. Ich weiß schon. Ich glaube, es gibt es, Wolfgang Dentner, Familie Flöö. Wir stellen einen Gegenantrag dazu, weil wir mit den Beschlusspunkten, so wie es drinnen waren, nicht ganz zufrieden sind. Die ÖH-Bundesvertretung möge daher beschließen, die österreichische Hochschülerinnenschaft beteiligt sich 2021 als Veranstalter am Programm des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie Österreich radelt. Die ÖH-Bundesvertretung bewirbt das Projekt bei allen Hochschulvertretungen über die einschlägigen FOKO-Verteiler und über alle ihr zur Verfügung stehenden Kanäle, zumindest Facebook, Instagram, Twitter, Newsletter, an die Studierenden. Das Programm wird auch intern bei Ehrenamtlichen sowie Mitarbeiterinnen beworben. Danke. Danke. Gibt's Wartmeldungen? Dario? Dario Tabata-Balk heißt VKH, ich melde mich ab. Okay. Gibt's Wartmeldungen? Lukas? Ja, Lukas und Paul dann. Lukas Schobersberger, junge liberale Studierende. Wir stellen einen Zusatzantrag zum Gegenantrag. Ich finde super, dass der zweite Punkt weg ist und wir könnten den zweiten Punkt aber in der Hinsicht ändern, dass wir statt Dienstfahrrädern schauen, dass man Lastenfahrräder anschafft, die man dann den Studierenden verleihen kann. Das kann man über Online-Plattformen super machen, dass man sehen kann, wann die frei sind. Dann kann man die sich für einen fixen Zeitraum buchen. Und dazu soll man noch zusätzlich schauen, ob man da etwaige Förderungen beantragen kann. Danke. Paul, dann Thomas, dann Lisa, dann Markus. Paul Bentele-Grass. Der Gegenantrag finde ich jetzt nicht schlecht, aber ich finde, wir haben heute schon viel über Systemkritik geredet. Wir wissen eben, wie ich schon vorher angesprochen habe, das System ist scheiße und fördert leider immer noch die schlechteren Alternativen und subventioniert diese. Und darum finde ich es wichtig, dass wir dort, wo das System uns die Möglichkeiten gibt, die zu nutzen, dass wir die auch nützen. Und gerade diese Möglichkeit der Dienstfahrräder finde ich wichtig, dass wir die in Anspruch nehmen, die es noch wenig verbreitet. Und vielleicht können wir da als Vorreiterinnen in der ÖHA vorangehen, damit das eher etabliert wird und vielleicht zukünftig auch mal mehr Dienstfahrräder als Dienstautos in Österreich unterwegs sind. Danke, Paul. Thomas. Thomas Knoch, Hochschülerinnenschaft an der Fachhochschule Kärnten. Ich würde mal kurze Ausführungen zum Zusatzantrag, zum Gegenantrag bitten, wie das österreichweit passieren kann. Markus. Markus, Baurecht, Aktionsgemeinschaft. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht sogar dasselbe frage wie der Thomas gerade, aber ich weiß, kann man das nicht vorstellen, wie das funktionieren soll mit den Lastenfahrrädern? Soll er jetzt jede Hochschulvertretung einen Lastenfahrrad bekommen und ist zur Verfügung gestellt, weil die BundesöH hätte ja dann nur eines in Wien. Oder soll die BundesöH jetzt für jeden Hochschulstandort Lastenfahrräder anschaffen, dass die dort verliehen werden können? Oder wie soll das gleichmäßig über Österreich verteilt werden? Weil wir in Klagenfurt, wir hätten zum Beispiel schon eines. Bekommen die noch an das Geld zurück, die, was schon eines angekauft haben vorher? oder? Lukas? Lukas Schoversberger, junge liberale Studierende. Deswegen ja zu prüfen, also wenn es das schon irgendwo gibt in irgendwelchen RHs lokal, ist das natürlich super. Wäre natürlich auf andere RHs durchaus ausbaufähig, wenn es das noch nicht gibt. Und ich denke, keine Prüfung, ob man das realisieren kann, das spricht nichts. Danke. Gibt es noch weitere Wartmeldungen? Keine. Okay, dann schaut das jetzt wie folgt aus. Wir haben den Hauptantrag, wir haben einen Zusatzantrag zum Gegenantrag. Wir stimmen zuerst über den Gegenantrag ab. Und je nachdem, ob angenommen wird oder nicht, erkläre ich dann das weitere Prozedere. Der Gegenantrag. Okay, den seht ihr jetzt da. Gibt es Gegenstimmen zum Gegenantrag? Enthaltungen? Prozedere. 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 Danke. Somit ist der Gegenantrag mehrheitlich angenommen. Wir kommen zur Abstimmung über den Zusatzantrag zum Gegenantrag. Gibt es beim Zusatzantrag zum Gegenantrag Gegenstimmen? Danke. Enthaltungen? Danke. Prozedere. Somit ist der Zusatzantrag zum Gegenantrag gefallen. Nachdem der Gegenantrag angenommen wurde, ist der Hauptantrag gefallen. Das heißt, darüber stimmen wir nicht mehr ab. Gibt es Protokollierungen des Stimmverhaltens? Stefan? Philipp? Weitere Protokollierungen? Keine, dann schließe ich die Protokollierungen. Stefan Bartosch-Gras. Ich habe gegen den Gegenantrag gestimmt, weil ich es sehr wichtig gefunden hätte, den Mitarbeiterinnen der ÖH auch diese Möglichkeit zu bieten. Und ich bin zwar nicht überrascht, aber doch erschrocken, dass der VSSDÖ das einfach den Mitarbeiterinnen nicht gönnen will. Sehr schade. Philipp? Philipp Rüger-Gras. Ich habe zuerst gegen den Gegenantrag gestimmt, weil ich das einfach für eine sehr halbgare Lösung halte. Also diese Initiative Österreich Radl ist im Endeffekt einfach nur, man zeichnet auf, wie viel man Fahrrad fährt und fordert auf, Fahrrad zu fahren. Ist nett, aber da wäre cool, wenn man auch eine Infrastruktur dafür bereitstellen würde als ÖH-Bundesvertretung. Und dann für den Zusatzantrag, einfach aus dem Grund, ich kenne das, das ist ein Lastenradverleih, das wird eigentlich sehr gut angenommen. Also quasi wenn man das schon so halb gemacht hat und noch zusätzlich mit dieser Leistung. Und ich finde, das ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel, warum das vorhin so eine absurde Aussage war, die zu diesem Streit geführt hat. Man hat da quasi eine Infrastruktur geschaffen, was ein bisschen umfassender ist. Und das wird dann auf ein öffentliches Statement reduziert und dann dokumentiert man halt, wie viel man Fahrrad kann. Ist auch nicht, aber wenig. Gut. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Antrag von der GRAS. Und zwar Bienenstöcke auf dem Dach der ÖH für mehr ÖH-Honig. Bitte um Vorstellung. Matthias. Matthias, Thomas Gras. Ich mache es ganz kurz, wie immer schon. Bienen sind essentiell fürs Ökosystem. 80 Prozent aller Blütenpflanzen sind auf die Bestäumung von Bienen angewiesen. Problem dabei ist leider nur, Bienen sterben weg. Die ÖH-Bundesvertretung möge daher beschließen, das Referat für Umwelt und Klimapolitik muss ein Konzept erstellen. Wirf den Dächern der Taubsturmgasse 7 bis 9, Dächern der Gebäude, die der ÖH gehören oder auf anderen Flächen, die durch allfällige Kooperationen erschließbar wären, Bienenstöcke aufgebaut und nachhaltig erhalten werden können. Die der Vorsitzende muss das Konzept in der zweiten ordentlichen Sitzung der ÖH-Bundesvertretung im Sommersemester 2021 vorstellen. Punkt 2. Das Referat für Umwelt und Klimapolitik muss neben dem in Punkt 1 genannten Konzept zu den Möglichkeiten abwägen, wie parallel zu den Bienenstöcken kleine Nutzpflanzen und Gräser in Klammer hoch, Klammer zu beten, neben den Bienenstöcken nachhaltig errichtet und erhalten werden können. Die der Vorsitzende muss über die Möglichkeiten und Pläne in der zweiten ordentlichen Sitzung der ÖH-Bundesvertretung im Sommersemester 2021 berichten. Dankeschön. Sophie und dann Johannes. Johannes und dann Sophie. Johannes Erblattnig, Junus, junge liberale Studierende. Das macht überhaupt keinen Sinn, aus dem Grund, wenn man es wegen der Nachhaltigkeit macht, sollte man es unbedingt außerhalb der Stadt machen. Denn vor allem im vierten Bezirk, das habe ich jetzt gerade in einem Imkerkurs gelernt, ist wirklich viel Wettbewerb unter den Bienenvölkern. Dadurch, dass der Botanische Garten da ist, da gibt es zum Beispiel am Hotel Daniels auch Bienenvölker. Und ich würde den Antrag ablehnen, weil es wirklich einfach nur Greenwashing und ich glaube, es ist wieder nur einfach einen Antrag, damit die Gras einen Antrag mehr haben und sie sich freuen können. Sophie. Sophie Wotschke, Jonas, ich finde Bienen voll toll, aber es ist schon eine recht leichte Recherche in Google, also ich habe einfach über Google eingegeben, wieso sterben Bienen, hat mir gezeigt, dass das weltweite Bienensterben enorme Auswirkungen für unsere Umwelt und Menschen haben. Ihre Ursachen sind vielfältig, dazu zählen Monokulturen, Pestizide, Umweltgifte, Klimawandel, Krankheitserreger. Point being, die Ursache bekämpft ihr nicht, ihr baut nur neue Bienenstöcke irgendwo hin, wo sie keine Grundlage zum Überleben haben, was wenig sinnvoll ist. Stefan, dann Matthias. Stefan Wattusch-Grass, ich gehe auf das zweite Kommentar zuerst ein. Erstens einmal, da gibt es diverse Beispiele dafür, dass das durchaus Sinn machen kann, auch in der Stadt Bienen auf Dächern oder Bienenstöcke auf Dächern zu halten. Naima hat, glaube ich, erzählt von der TU, dass es dort ein Bienenvolk auf dem Dach gibt. Wir haben auch bei uns an der WU auf dem Dach ein Bienenvolk. Es gibt diverse solche Projekte, die funktionieren sehr gut. Ich sehe überhaupt nicht, was da dagegen sprechen sollte. Und um auf den ersten Punkt einzugehen, das mit dem vierten Bezirk stimmt zwar vielleicht, aber allerdings haben wir den Antrag auch, oder das hätte vielleicht gegolten, wenn man den Antrag von vor acht Stunden angeschaut hätte. Der Antrag, so wie er jetzt vorliegt, sagt eben nicht nur die Taubstimmung in Gäste 7 bis 9, sondern auch andere Gebäude, die der ÖH gehören oder andere Flächen, die durch Kooperationen erschließbar sind. Das heißt, wir gehen da definitiv einen Schritt weiter und wollen einfach dieses Projekt verankern und bieten da durchaus auch mal eine breite Range. Vielleicht kommt jetzt wieder die Kritik, dass die Gras jetzt wieder zu wenig einschränkt. Wir können den Antrag gerne weiter beschränken, aber irgendwann solltet ihr euch halt auch mal was einigen, wofür ihr uns kritisieren wollt. Und das Hotel Daniel liegt im dritten, nicht im vierten. Danke. Matthias? Matthias, Thomas Gras. Also möchte ich mich bei der Vorräterin bedanken, weil es gibt ja nicht genau die Gründe her, die den Antrag zu befürworten begründen, weil ja, das Bienensterben ist menschengemacht und ja, das Bienensterben begründet auch auf dem Klimawandel. Wenn man natürlich selber als Fraktion alle klimaschützenden Anträge, die wir als Gras anbringen, einfach abschmettern, bleibt uns als Gras natürlich wenig übrig, als wie mehr Anträge zu bringen und da nichts gegen den Klimawandel unternommen wird, sterben die Bienen weiter. Daher probieren wir als Gras, die Bienen eben in der Stadt das Volk aufrecht zu erhalten und eben in Punkt 2 des Beschlusstextes ist angegeben, dass wir dazu möchten, dass Gräser errichtet und erhalten werden. Und ja, in der Stadt gibt es wenig Raum für Bienen zum Wohnen, das möchten wir eben ändern. Also bevor ihr uns bitte kritisiert, dass wir nichts im Klimawandel machen, bitte selber bei euch einmal nachschauen und einfach mal für die Klimaanträge zustimmen. Danke. Johanna, bitte. Dann Sophie, dann Thomas, dann Sabine. Johanna. Johanna, Gruber Aktionsgemeinschaft, ich werde es ganz kurz machen, da das ein weiterer Antrag ist, ja den Zehntausenden StudentInnen im Land, die derzeit während der Corona-Pandemie viele Probleme und Struggles haben, verhältnismäßig wenig bringt. Wie es der Zufall so will, ist mein Vater Hobby-Imker, deswegen bin ich mit der Imkerei aufgewachsen und würde alle bitten, gegen diesen Antrag zu stimmen. Das Imkern an sich ist eine total intensive Tätigkeit. Bienen flüchten sehr gerne, Bienenvölker fliegen einfach woanders hin, siedeln sich woanders an, wenn sie nicht gut betreut werden und ich glaube nicht, dass wir eine Person auf der ÖH haben, die eine adäquate Ausbildung hat, um die Bienen zu betreuen. Stefan, wir können gerne jemanden einstellen, allerdings sind das Personalkosten für Imker, wo ich nicht weiß, ob wir die jetzt hernehmen für so ein Projekt. Deswegen würde ich bitten, dass wir diesen Antrag nicht annehmen, weil das unverhältnismäßig ist für den Output. Danke. Sophie? Sophie Wotschke, Jonas. Danke, Johanna, ich schließe mich dir da voll an. Ein Punkt nur an dich gerichtet, bitte bringt es nicht mehr Anträge, bringt es bessere Anträge, aber nicht noch mehr. Thomas, dann Sabine, dann Stefan. Thomas zieht zurück, Sabine. Sabine, Hanger Aktionsgemeinschaft, ich werde es auch ganz kurz machen, zwei Sachen. Zum einen, die Technologie sind offiziell nicht begehbar und zum zweiten, zu dem Vorschlag, mehr Anträge zu bringen, mein Vorschlag wäre als Gras, Verantwortung zu übernehmen, genau in solchen Referaten kann man Dinge umsetzen, kann man Dinge wie Bienen betreuen, sie überlegen, besser weniger Anträge und mehr Verantwortung. Stefan? Stefan, Patrus, Gras, Adjohanna. In dem Antrag ist dezidiert von Kooperationen die Rede, die eingegangen werden könnten, und es geht auch erstmal in dem ersten Schritt um ein Evaluieren, also man könnte sich zum Beispiel anschauen, ob eine solche Kooperation mit einer bestehenden Infrastruktur, mit bestehenden Imkerinnen, die das Sinn machen könnte, dann eben vielleicht dann eben auf Dächern von Gebäuden, die der ÖH gehören. Das ist gleich die Verbindung zur Taubstumming-Gasse 7 bis 9, natürlich, deswegen steht das ja auch so drin, dass es nicht nur die Taubstumming-Gasse 7 bis 9 betrifft. Sorry, Sabine, was war denn ein zweiter Kritikpunkt? Verantwortung übernehmen. Verantwortung übernehmen, ja genau, ein guter Kritikpunkt. Ich weiß, dass wir da ein sehr unterschiedlich, vielleicht ein bisschen ein anderes Verständnis haben als zum Beispiel der VSSDÖ oder die AG, wir gehen grundsätzlich davon aus, dass die Bundesvertretung, die in diesem Sinne der Gewaltenteilung die Legislative ist und man hier auch Sachen beschließen kann und es weniger darum geht, wer letztendlich die Sachen umsetzt und es weniger darum geht, wer letztendlich irgendwelche Posten besetzt und irgendwelche Aufnahmsentschädigungen kassiert, sondern es darum geht, politische Veränderungen auf den Weg zu bringen und dafür ist die Bundesvertretung das richtige Gremium. Und ich verstehe nicht, warum man jetzt hier keinen dementsprechenden Antrieb einbringen können sollte. Dankeschön. Adrie, dann Sebastian. Also, der Herr Nowakich-Grass steht im Antrag, das Referat für Umwelt und Klimapolitik, muss ich neben dem Punkt 1 genannten Konzepten zu der Möglichkeit abwägen, wie parallel zu den Binnenstöcken keine Nutzplätze etc., also quasi mit einem Konzept einstellen. Das heißt ja nicht, dass es irgendeine Person auf der ÖH-Bundesvertretung die Bienen auch betreuen muss. Man kann ja auch gerne, das Öko-Referat können sich gerne auch mit NGOs oder irgendwelche mit anderen Säkohlerinnen zusammensetzen, ein Konzept dadurch erarbeiten und schauen, wo man vielleicht in Kooperation mit einem Leben zusammentreten kann und eben quasi so etwas zu erstellen und bieten. Erfolg eben nicht nur auf dem Dach der Bundesvertretung zu stellen, sondern quasi auch andere Möglichkeiten zu sehen. Es war nie die Rede davon, bitte stellt seine Angestellte an, aber gut, ist auch spät. Sebastian, dann Lisa, dann Jörg. Liebe Gras, lieber Stefan, du hast gerade vorhin gesagt, zum Beispiel in Richtung VSSDÖ und AG, wenn ich zur VSSDÖ und zur AG schaue, dann sehe ich da zwei Fraktionen, die in der österreichischen Hochschülerinnenschaft gerade für die Studierenden tagtäglich was leisten, einerseits im Vorsitz, in vielen Referaten, Sozialreferat zum Beispiel auch beim VSSDÖ, ja, Verantwortung übernehmen und Studierende vertreten heißt auch tatsächlich in der Früh aufzustehen, etwas für sie zu tun, manchmal auch möglicherweise bis fünf, sechs, sieben hier im Plenum zu sitzen, zu diskutieren, am nächsten Tag aber trotzdem in der Früh wieder aufzustehen und was zu hakeln. Wenn ihr das ernst nehmt, ja, könnt ihr Anträge bringen, dann hakelt es aber bitte auch mit und schaut es nicht, dass wir jetzt ein Thema nach dem anderen medienwirksam hier irgendwie bringen, dass man sagen kann, wir haben es eingebracht, wir haben es für euch durchgebracht, aber im Endeffekt macht es doch nichts. Wenn es euch wichtig ist, setzt euch hin, hakelt es was. Lisa Baumgartner, Familie Flö, ich habe tatsächlich nur eine kurze, ernst gemeinte Verständnisfrage, du sprichst von Gebäuden, die der ÖH kehren, ich weiß leider nicht, welche du meinst. Jörg Treiber, Aktionsgemeinschaft, ich würde gern stundenlang mit euch bei Bienen reden, weil es wirklich ein wichtiges Thema ist, wir drehen sie aber nur mehr im Kreis und deswegen stelle ich einen Formalauftrag auf Schluss der Rednerinnenliste. Okay, Adrik, du würdest als nächstes draufstehen, aber wir haben einen Formalantrag auf Schluss der Rednerinnenliste, den müssen wir gleich abstimmen. Gibt es Gegenstimmen gegen den Formalantrag auf Schluss der Rednerinnenliste? Gibt es Enthaltungen? Pro Stimmen? Somit ist der Formalantrag auf Schluss der Rednerinnenliste mehrheitlich abgelehnt. Adri, du bist als nächstes. Adriana Norquetsch-Gras, replizierend auf Sebastian Müll, die Gras arbeitet sehr wohl auch mit, auch in gewissen Referaten, natürlich nicht in sehr vielen und nicht in allen, aber in manchen schon. Also vielleicht informierst du dich vorher, welche Fraktionierte Personen auf der Bundesvertretung arbeiten, bevor du dann gegen diese schießt. Und wenn ich jetzt auch so in den Raum schaue, sehe ich auch andere Grasaktivistinnen, Grasmitglieder hier in diesem Raum auch bis 5 Uhr, 4 Uhr in der Früh mit abstimmen wie alle anderen Fraktionen. Also verstehe ich diese Kritik nicht bezüglich Gebäude. Ich weiß nicht, ob es sich was getan hat in letzter Zeit, aber vielleicht, also in meiner Sicht nach, glaube ich, sollten in Besitz der Bundesvertretung zwei Gebäude im 1. und im 19. Bezirk sein. Vielleicht hat sich das geändert und ich habe irgendwie falsche Informationen oder mich vielleicht damals falsch informiert. Vielleicht kann man, ich glaube, es sind die Studieheime, ob man da vielleicht in dieser Richtung auch arbeiten kann, um dort irgendwie die Dächer zu nützen, weil da die Frage war, welche anderen Gebäude. Aber ich, not sure, frage es mal im Biref nach. Tatsachenberichtigung, Desmond. Laut dem letzten Grundbuchauszug und meinen Informationen, da ich mich aus einem ganz anderen Grund damit beschäftigt habe, die Studienförderungsstiftung ist übrigens sehr interessant, sind nur dort die Grundstücke im Besitz der ÖH und nicht die Gebäude. Aber, ja, by the way. Gut, Raphael. Raphael, Norbert Klaas. Es geht aber um einen Antrag, wie viele meiner VorrednerInnen schon gesagt haben, um ein Konzept. Ich möchte jetzt nur zu der Umsetzung von dem Konzept noch ein bisschen auch Tipps mitgeben, die man mit circa 30 Sekunden lang in einer beliebigen Suchmaschine im Internet herausfinden kann. Es gibt zum Beispiel im Wiener Stephansdom werden 400.000 bis 500.000 Bienen beheimatet. Das heißt, da gibt es schon solche Möglichkeiten. Am Wiener Rathaus sind ebenfalls mehrere Bienenstöcke aufgesetzt. Das heißt, es gibt schon gute Beispiele, wie in Wien sowas funktioniert. Ich lehne mich jetzt noch ein bisschen aus dem Fenster und behaupte, weil die Staatsregierung in Wien wahrscheinlich jetzt nicht zahlreicher ImkerInnen angestellt hat, die dann entsprechend diese Bienenstöcke pflegen. Meines Wissensstandes ist es sogar so, dass das eben auch hauptberufliche Imker machen, die es auch sehr froh sind, dass sie die Bienenstöcke haben und betreiben dürfen. Also ich glaube, es gibt auch sehr viele Best-Practice-Beispiele, dass sowas auch innerhalb von Wien gut funktionieren kann, dass man so ein Konzept umsetzen kann. Deswegen hoffe ich doch auch, dass vielleicht zumindest auch einige diesen Antrag zustimmen, dass die ÖH so ein Konzept entwerfen kann und dass wir Bienen einen Lebensraum geben und gleichzeitig auch vielleicht einigen ImkerInnen in und rund um Wien die Möglichkeit geben, mehr Bienenstöcke aufzustellen. Alina Schlenz, Juno Studierende. Ich glaube, wir alle hier im Raum haben uns alle Anträge vor der Sitzung angeschaut und sind sie durchgegangen und wissen bei den meisten, wie wir abstimmen werden. Die Diskussion dreht sich nur im Kreis und an sich weiß eh jeder schon, wie er abstimmt. Der politische Diskurs ist wahnsinnig wichtig, aber im Anbetracht der Zeit und der Anträge könnte man sich manchmal überdenken, ist die Wortmeldung wirklich wichtig oder ist es eh schon fix, wie jeder abstimmt. Danke. Dankeschön. Gibt es weitere Wortmeldungen? Schaut nichts aus. Dann stimmen wir jetzt über den Antrag ab. Was? Achso. Okay. Wir stimmen über den Antrag ab. Gibt es Gegenstimmen zum Antrag? Gibt es Enthaltungen? Pro Stimmen? Okay, danke. Damit ist der Antrag mehrheitlich gefallen. Gibt es Protokollierungen des Stimmverhaltens? Keine. Dann möchte ich eine Sache noch kurz sagen, nämlich, also eh nervig, ich habe es glaube ich vor einer halben Stunde erst gesagt, aber ich möchte auch nochmal jetzt kurz den aktuellen Stand bei der Gender-Statistik nennen. Es sind 178 Wortmeldungen von Männern und 135 Wortmeldungen von Frauen, also es sind an die 35, nein, an die 45, es sind mehr Wortmeldungen von Männern als von Frauen. Ich würde euch bitten, in der weiteren Diskussion darauf zu achten, es reden vor allem auch immer sehr ähnliche Personen. Ja, und ich übertrage die Sitzungsleitung an Johanna. Dankeschön. Und wir machen weiter mit dem nächsten Antrag von der GRAS und das wäre Pressefreiheit in Gefahr gegen die Urbanisierung der ÖH. Philipp Rotmann, GRAS. Weil es schon recht früh ist, fasse ich mich sehr kurz. Es geht darum, dass die ÖH gegen die aktuellen Angriffe auf die Pressefreiheit ankämpft und sowohl Pressefreiheit selber lebt und auch ein Zeichen dagegen setzt. Die Beschlusspunkte seht ihr, glaube ich, hier. Danke. Dankeschön. Gibt es Wortmeldungen dazu? Das scheint nicht der Fall zu sein, daher bringe ich den Antrag gleich zur Abstimmung. Gibt es Gegenstimmen? 23 Gegenstimmen. Gibt es Enthaltungen? Eine Enthaltung gibt es Pro und Pro-Stimmen? Damit ist der Antrag mehrheitlich angenommen. Gibt es Protokollierungen des Stimmverhaltens? Ja, Caro, dann Naima. Caroline Engstfeld, Aktionsgemeinschaft. Es war mir ehrlich gesagt zu blöd, vor der Abstimmung was zu sagen und es ist mir ehrlicherweise auch zu blöd, bei fast jedem Grasantrag eine Korrektur vornehmen zu müssen, weil die einfach so schleißig geschrieben sind, dass man möglichst 27 raus hat. Wir haben gerade beschlossen, dass diskriminierende Inhalte nur dann gelöscht werden dürfen, wenn ein Konsens besteht. Man sollte wohl davon ausgehen, dass es immer einen Konsens gegen diskriminierende Inhalte gibt. Aber ich finde, das ist wahnsinnig gefährlich, diskriminierende Inhalte nur bei einem Konsens löschen zu dürfen. Ich glaube, diskriminierende Inhalte sollte man immer löschen dürfen. Danke, Naima. Naima Gubara, Familie Flö. Ich habe gegen diesen Antrag gestimmt, weil das Progress auch vor einer AG-Vorsitzenden nicht unabhängig war und ich hoffe, wir erinnern uns in der nächsten Exekutive daran, dass das Progress unabhängig bleibt. Gut, Dankeschön. Wir kommen zum nächsten Antrag, ebenfalls von der Gras gemeinsam mit den jüdischen österreichischen HochschülerInnen und der muslimischen Jugend Österreich. Die Verurteilung des Genozids an den UigurInnen. Bitteschön. Dankeschön. Stefan Bartosz-Kras. Ja, in der nordwestchinesischen Provinz Xinjiang leben rund 10 Millionen UigurInnen. Diese haben nicht nur eine eigene Sprache, sondern sind mehrheitlich muslimisch und unterscheiden sich darüber hinaus kulturell von Han-ChinesInnen. UigurInnen sind in Xinjiang zwar noch die größte Volksgruppe im Verhältnis zur gesamten Volksrepublik, sind sie allerdings eine Minderheit. Die chinesische Regierung unterdrückt Minderheiten systematisch. Mit dem Ziel, UigurInnen vollständig zu assimilieren und damit als Volksgruppe auszulöschen, greift die chinesische Regierung zu grausamsten Maßnahmen. Unter dem Vorwand von Terrorismusbekämpfung und Sicherheitspolitik wurde Xinjiang seit Jahren zu einer Modellregion für den chinesischen Polizeistaat. Durch starke Polizeipräsenz, regelmäßige Checkpoints, ständige Videoüberwachung im öffentlichen Raum und bei den Eingängen privater Haushalte wurden UigurInnen nicht nur so weit als möglich überwacht, sondern auch bei jeglichem Verhalten, das das chinesische Regime als auffällig empfindet, brutal verfolgt. Personen, die sich für Menschenrechte, Demokratie oder die tatsächliche Autonomie der Region einsetzen, werden gezielt verfolgt und inhaftiert. In einem System aus Konzentrationslagern werden über eine Million UigurInnen getrennt von ihren Familien festgehalten und sollen nach der Doktrin des chinesischen Regimes umerzogen werden. Neben schwerer körperlicher Misshandlung, Folter und Vergewaltigungen werden UigurInnen dort zur Abtreibung und Sterilisation gezwungen. Daneben gibt es ein System der Zwangsarbeit, die der Produktion internationaler Großkonzerne zugute kommt. Berichtet konnten diese in der Vergangenheit in den Lieferketten von Nike und VW zurückverfolgen, aber auch zu Unternehmen, die Mund-Nasen-Schutz und sonstige persönliche Schutzausrüstung für den Weltmarkt produzieren. Weitere Maßnahmen, um die Kultur der UigurInnen auszulöschen, inkludieren die Bestätigung oder die Zerstörung von 16.000 Moscheen, Gesetze, die es Kindern verbieten, Moscheen zu besuchen, Internate der chinesischen Regierung für uigurische Kinder, sowie die systematische Ansiedelung von Han-Chinesinnen, um die Demografie der Region gezielt zu verändern. Die Existenz der Konzentrationslage wurde 2019 durch die China Cables belegt und in der Folge einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. Internationale Reaktionen gingen oftmals ob der wirtschaftspolitischen Machtstellung Chinas über verbale Verurteilungen nicht hinaus. Die europäische Gemeinschaft hat es verabsäumt, wirkungsvolle Maßnahmen gegen die chinesische Regierung zu erlassen. Stattdessen wurden neue Handelsverträge zwischen der EU und China abgeschlossen, in denen Kritik an Zwangsarbeit in China gezielt ausgespart wird. Die European Union of Jewish Students und die jüdischen österreichischen HochschülerInnen haben sich in der Vergangenheit bereits im Rahmen ihrer Never Again Right Now Kampagne mit den UigurInnen solidarisiert und sich für die Schaffung grundlegender Menschenrechte für alle Menschen, die auf chinesischem Staatsgebiet leben, eingesetzt. Jetzt sollte sich auch die EU-Bundesvertretung diesem Protest anschließen und klar gegen den Genozid an den UigurInnen und gegen den antimuslimischen Rassismus der chinesischen Regierung Stellung beziehen. Ich freue mich ganz besonders, dass wir diesen Antrag eben gemeinsam einbringen können mit den jüdischen österreichischen HochschülerInnen und mit der muslimischen Jugend. Die EU-Bundesvertretung möge daher beschließen, die EU-Bundesvertretung verurteilt den versuchten Genozid an den UigurInnen durch die chinesische Regierung. Sie fordert ein sofortiges Ende jeglicher rassistischer Bestrebungen der chinesischen Regierung, UigurInnen zu unterdrücken und in der Folge auszulöschen. Die EU muss mit betroffenen UigurInnen bzw. Organisationen, die diese vertreten, in Kontakt treten und diese nach Möglichkeiten zur Unterstützung fragen. Die Vorsitzende der EU-Bundesvertretung, Sabine Hanger, muss die österreichische Bundesregierung im direkten Austausch zu folgenden Schritten auffordern. Klares Benennen der Politik der UigurInnen als Genozid, Einsatz für Sanktionen gegen chinesische SpitzenpolitikerInnen sowie gegen jene chinesische BeamteInnen, die direkt für die Zwangsarbeit und die Konzentrationslager in Xinjiang verantwortlich sind. Schaffung von Rahmenbedingungen, die verhindern, dass Produkte in Österreich verkauft werden, die von uigurischen ZwangsarbeiterInnen hergestellt werden. Einsatz für einen Boykott der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking. Stärkeres Engagement gegenüber der chinesischen Regierung für die Schaffung grundlegender Menschenrechte für alle Menschen, die auf chinesischem Staatsgebiet leben. Und der letzte Punkt, die ÖH muss die vormals genannten Positionen und Forderungen über Social-Media-Postings und eine Presse-Aussendung kommunizieren. Wie ihr sehen werdet, finden sich hier keine Rahmenbedingungen. Ich hoffe, das macht es einigen Fraktionen leichter, diesem Antrag zuzustimmen. Und nachdem es ein solch wichtiger Antrag ist, hätten wir also gerne eine namentliche Abstimmung. Dankeschön. Dankeschön. Gibt es Wortmeldungen zu diesem Antrag? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann bitte ich alle MandatarInnen zur namentlichen Abstimmung, beginnend mit der Aktionsgemeinschaft. Sebastian Mühlbauer. Noch eine Sekunde bitte. Ich werde diese Zeit nutzen. Nun seid ihr alle im Raum. Ich frage noch einmal, wem gehören diese Apple AirPods? Sonst werden wir einfach schauen, mit welchem Handy sie sich verbinden, wenn ich das Ding hier öffne. Oh, gut. Dennoch sind hier Apple AirPods. Dem Desmond. Vermisst sie jemand oder sucht jemand nach welchem? Gut. Geht's schon? Gut, dann können wir jetzt weitermachen. Sebastian Mühlbauer. Sebastian Mühlbauer, Aktionsgemeinschaft, stimme für diesen Antrag. Julian Peckler. Julian Peckler, Aktionsgemeinschaft, ich enthalte mich im Hinblick auf diesen Antrag. Jörg Treiber. Jörg Treiber, Aktionsgemeinschaft, ich enthalte mich bei diesem Antrag. Sabine Hanger. Sabine Hanger, Aktionsgemeinschaft, ich stimme für diesen Antrag. Maximilian Wagner, bitte. Maximilian Wagner, Aktionsgemeinschaft, ich stimme für diesen Antrag. Thomas Leitner. Was ist da falsch? Gut. Gut, dann bitte ich Marcel Stanjewski. Marcel Stanjewski, Aktionsgemeinschaft, ich stimme dafür. Florida Klebinder, bitte. Florida Klebinder, Aktionsgemeinschaft, ich stimme für diesen wichtigen Antrag. Alexandra Neu. Vorbereitung, Josef Bottica. Alexandra Neu, Aktionsgemeinschaft, ich enthalte mich. Josef Bottica. Josef Bottica, Aktionsgemeinschaft, ich stimme für diesen Antrag. Johanna Gruber, Johanna Gruber, Aktionsgemeinschaft, ich stimme für diesen Antrag. Johannes Petric. Johannes Petric, Aktionsgemeinschaft, Enthaltung. Patrick Schieber. Patrick Schieber, Aktionsgemeinschaft, ich enthalte mich. Markus Baurecht. Thomas, du kannst trotzdem runterkommen. Markus Baurecht, Aktionsgemeinschaft, ich stimme für diesen Antrag. Caroline Engstfeld. Caroline Engstfeld, Aktionsgemeinschaft, ich stimme für diesen Antrag. Und Thomas Leitner, bitte. Thomas Leitner, ich stimme auch dafür. Für die Gras, Adriana Nowakowitsch. Adriana Nowakowitsch, Gras, ich stimme für diesen Antrag. Alice Socher. Alice Socher, Gras, ich stimme für diesen Antrag. Matthias Thomas, Gras, ich stimme für diesen Antrag. Stefan Bartosch. Stefan Bartosch, Gras, ich stimme für diesen Antrag. Oliver Schmid, nein, Philipp Brüger. Philipp Brüger, Gras, ich stimme für diesen Antrag. Oliver Schmid. Oliver Schmid, Gras, ich stimme für diesen Antrag. Paul Benteler, Paul Benteler, Gras, ich stimme für diesen Antrag. Raphael Neuwirz. Raphael Neuwirz, Gras, ich stimme für diesen Antrag. Laura Otzelberger. Laura Otzelberger, Gras, ich stimme für diesen Antrag. Philipp Neuhofer. Philipp Neuhofer, Gras, ich stimme für diesen Antrag. Caroline Gürtel. Caroline Gürtel, Gras, ich stimme für diesen Antrag. Philipp Rottmann. Philipp Rottmann, Gras, ich stimme für diesen Antrag. Maria Jouveska. Maria Jouveska, Gras, ich stimme für diesen Antrag. Dorothea Jandl. Dorian Laufbau, falls es ist, ich stimme für diesen Antrag. Marianne Hofbauer. Marianne Hofbauer, falls es ist, ich stimme für diesen Antrag. Hannah Czernohorski. Czernohorski, Hannah, falls es ist, ich stimme für diesen Antrag. Sophie Lehner. Sophie Lehner, falls es ist, ich stimme für diesen Antrag. Maximilian Niedermeier. Maximilian Niedermeier, falls es ist, ich stimme für diesen Antrag. Serafina Demarku. Serafina Demarku, falls es ist, ich stimme für diesen Antrag. Daniel Preglau Paul Pumsenberger Stephanie Berger Nadataha Ali Mohamed Nadataha Ali Mohamed, falls ist die Öchtimme für diesen Antrag? Und Sarah Welitsch, Jonas, können Sie schon? Sarah Welitsch, falls ist die Öchtimme für diesen Antrag? Jan Pieter Sterring Jan Pieter Sterring, Jonas, ich enthalte mich. Steffen Slager Steffen Slager, junge liberale Studierende, ich stimme gegen diesen Antrag. Alina Schlenz Alina Schlenz, junge liberale Studierende, ich enthalte mich. Lukas Schobesberger Lukas Schobesberger, Jonas, ich enthalte mich. Johannes Sablatnik Johannes Sablatnik, Jonas, junge liberale Studierende, ich enthalte mich. Und Sophie Wotschke Flö können sich schon bereit machen. Sophie Wotschke, Jonas, ich stimme gegen diesen Antrag. Desmond Grossmann Desmond Grossmann, Familie Flö, ich stimme für diesen Antrag. Patricia Lang Ah, nein, Entschuldigung. Borjana Bakinska Borjana Bakinska, Familie Flö, ich stimme für diesen Antrag. Wolfgang Dentaler Wolfgang Dentaler, Familie Flö, ich stimme für diesen Antrag. Lisa Baumgartner Lisa Baumgartner, Familie Flö, ich stimme für diesen Antrag. Naima Gobara Naima Gobara, Familie Flö, ich stimme für diesen Antrag. Und das waren alle. Bitte einen kurzen Moment, wir zählen aus. Wir müssen nicht auszählen. Ah, gut, sehr gut. Es gibt zwei Gegenstimmen, einige Enthaltungen, aber der Antrag ist mehrheitlich angenommen. Ja, Gratulation den Antragstellern. Und wir kommen auch schon zum, ah, gibt es Protokollierungen des Stimmverhaltens? Bitte, ja. Stefan zuerst, dann Sophie, dann Seppsch. Stefan Slager, junge liberale Studierende. Ich habe gegen diesen Antrag gestimmt, nicht weil mir dieses Thema nicht ans Herzen liegt, sondern weil ich ein großer Verfechter von der Abschaffung des allgemeinpolitischen Mandats der ÖH bin. Aus meiner Sicht sollten wir uns in der ÖH-Bundesvertretung ausschließlich mit Themen beschäftigen, die die Studierenden in Österreich betreffen, nicht mit allgemeinpolitischen Themen. Deswegen habe ich gegen diesen Antrag gestimmt. Sophie. Sophie Watschke, Jonas. Ich habe gegen diesen Antrag gestimmt, weil österreichische Außenpolitik nicht in die Kompetenz der ÖH-Bundesvertretung fällt. Und Seppsch. Sebastian Müllbau, Aktionsgemeinschaft. Ich habe für diesen Antrag gestimmt nicht, weil ich die allgemeinpolitische Seite des Antrags gut finde, sondern weil es einfach ein Thema ist, das wirklich heftig ist. Und da muss man auch mal eine Ausnahme machen und sagen, okay, man stimmt dafür. Gibt es noch weitere Protokollierungen des Stimmverhaltens? Das ist nicht der Fall. Dann komme ich zum nächsten Antrag. Antragstellerin Gras. Solidarität mit den Protesten in Polen gegen die menschenrechtsfreien Zonen. Raphael Neuwert-Gras. Solidarität mit den Protesten in Polen gegen die menschenrechtsfreien Zonen. Ich habe Sporang jetzt im Begründungstext. Ich glaube, wir haben uns schon öfters mit beschäftigt mit den menschenrechtsfreien Zonen in Polen. Das ist, glaube ich, niemandem was Neues. Das ist dementsprechend. Die ÖH-Bundesvertretung möge beschließen. Der ÖH erstellt zwischen 01.04.2024 und 01.04.2024 Social Media Postings und spricht sich indessen in diesen gegen die menschenrechtsfreien Zonen in Polen aus und informiert die Studierenden über mögliche Gefahren, mit denen sie konfrontiert sein können. Die Postings werden vom Referat für Menschenrechte, Queer-Referat und dem Referat für feministische Politik verfasst. Die Postings müssen vom Referat für Öffentlichkeitsarbeit inhaltlich unverändert gepostet werden. Einzelformate und lehrte dürfen abgeändert werden. Die ÖH muss sich mit polnischen AktivistInnen vernetzen und bis spätestens 28.04.2021 für Studierende eine coronakonforme Veranstaltung zu den queer-feministischen Protesten gegen die menschenrechtsfreien Zonen in Polen organisieren. Die Vorsitzende der ÖH muss Außenminister Schalenberg bis zum 18.04.2021 in Form eines offenen Briefes auffordern, die aktuellen Lage in Polen für die LGBTQ-Community auf der Schärfste zu verurteilen. Die geforderten Postings müssen dabei einigen Bedingungen entsprechen. Die wurden heute schon mehrfach vorgetragen, deswegen noch speichert, als alle diese Punkte entsprechend aufzuzählen. Dankeschön. Gibt es Wortmeldungen zu diesem Antrag? Dario Tabatabai, KSVK, ich melde mich an. Entschuldigung, dass ich kurz weg war, aber ich habe gerade erfahren, dass meine Großeltern positiv getestet wurden in Polen und ich habe jetzt telefonieren müssen. Ja, danke für das Verständnis. Da haben wir vollstes Verständnis, eine gute Besserung. Gibt es Wortmeldungen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir zu diesem Antrag auch schon zur Abstimmung. Gibt es Gegenstimmen? Ja. All righty. Gut. Gibt es Enthaltungen? Pro Stimmen? Zumindest der Antrag mehrheitlich angenommen. Gratulation an die AntragstellerInnen. Wir kommen zum nächsten Antrag von der GRAS, gemeinsam mit der FLÖ gestellt. Solidarität mit den Studienprotesten in der Türkei. Bitte schön. Magna Gubara, Familie FLÖ. Ich darf den Antrag für GRAS und FLÖ einbringen. Ich hoffe, ihr habt es denn alle gelesen. Der ist sehr schön und sehr informativ. Ganz kurz zusammengefasst. Es geht darum, dass seit Anfang Jänner Studierende und Lehrende in der Türkei protestieren gegen die Benennung des Rektors der Belarus. Oh Gott, nicht Belarus. Das kommt schon ein bisschen durcheinander. Gegen die Benennung des Rektors der Bosporus-Universität. Es geht vor allem darum, dass einfach die Regierung immer stärker in den Diskurs auf Hochschulen eingreift, dass es keinen offenen Diskurs mehr geben soll. Und vor allem sehr problematisch sind die Festnahmen der Studierenden und den Terrorverdacht unter den Studierenden dort gestellt werden. Ich glaube, das sollte die ÖH nicht akzeptieren und das kann die ÖH nicht akzeptieren. Deswegen stellen wir den Antrag. Die ÖH-Bundesvertretung möge daher beschließen. Die ÖH-Bundesvertretung solidarisiert sich mit den Studierendenprotesten an der Bosporus-Universität. Diese Solidarisierungsbekundung wird spätestens am 31.03.2021 auf allen Social-Media-Kanälen der ÖH gepostet. Und dann kommen diese GRAS-Posting-Regeln. Dankeschön. Gibt es Wortmeldungen zu diesem Antrag? Das ist nicht der Fall. Wir kommen zur Abstimmung. Gibt es Gegenstimmen? Gibt es Enthaltungen? Pro Stimmen? Somit ist der Antrag einheitlich angenommen. Wir kommen zum nächsten Antrag. Antragsteller in GRAS. No border, no nation, stop deportation. Philipp Rotmann-Grass. Ja. Bei unserem Antrag geht es ebenfalls um die Abschiebungen von NDN, so wie die, die erst neulich passiert sind. Ich glaube, ich kann dem, was der VSSDÖ gestern gesagt hat, nicht mehr wirklich was hinzufügen. Und erspare es euch auch gleich die Beschlusspunkte wieder vorzulesen. Danke. Gibt es Wortmeldungen zu diesem Antrag? Das ist nicht der Fall. Wir kommen zur Abstimmung. Gibt es Gegenstimmen? Ja. Enthaltungen? Vier Enthaltungen. Vier Enthaltungen. Pro Stimmen. Damit ist der Antrag mehrheitlich angenommen. Ich komme zum nächsten Antrag. Antragsteller in GRAS. Endlich echte Antikorruptionsmaßnahmen. Gernot Blümel muss weg. Oliver Schmidt, GRAS. Ich fasse mich kurz. Das Thema Korruption spielt in unserem politischen, aber auch im generellen Leben leider eine große Rolle. Anhand der letzten Geschehnisse, besonders bezüglich des Bundesminister Gernot Blümel, fordern wir wie folgt. Die Forderungspunkte sind oben angemerkt. Dankeschön. Gibt es Wortmeldungen zu diesem Antrag? Naima, bitte. Naima, Korpare, Familie Flö. Ich bin ein großer Fan von bei sich selbst anfangen und wir fordern hier, dass wir stärker, also dass wir eine Verschärfung der Spendenregeln und eine Wahlkampf-Obergrenze fordern. Wir als Flö fänden es mega cool, wenn wir das in der ÖH-Wahlwahl umsetzen würden und wenn die Fraktionen ihre Wahlkampfkosten transparent machen, weil besonders demokratisch ist das nicht, wenn man vergleicht, wie wenig Geld manche Fraktionen im Gegensatz zu anderen für den Wahlkampf ausgeben. Und ja, also bevor wir irgendwie die Parteien dafür aufrufen, machen wir es doch selber mal. Danke. Steph? Stephens Lager, junge liberale Studierende am Weg runter, wurde mir schon dreimal gefragt, ob wir einen Antrag vorbereitet haben. Haben wir leider nicht. Ich möchte meiner Vorrednerin aber vor allem zustimmen. Ich finde auch, dass wir werden dann bei uns selber anfangen sollen, nicht von Parteien im Nationalrat vertreten sind, fordern, dass sie transparent sind und dass es Parteispenden eine Obergrenze gibt, sondern dass wir mal bei uns selber anfangen. Wir haben im letzten Wahlkampf haben wir ein Abkommen ausgemacht, wo wir ausgemacht haben, dass alle Fraktionen und alle Fraktionen, die momentan in der Bundesrepublik vertreten sind, haben da unterschrieben, die Wahlkampfkosten, Einnahmen und Ausgaben offenlegen. Abgesehen von der Flö und von uns Junos hat das keine einzige andere Fraktion gemacht, was ich sehr, sehr schade finde. Deswegen gleich eine Einladung, dass wir uns nach der BV-Sitzung irgendwann mal zusammensetzen. Keine Sorge, es muss nicht heute sein, das kann auch mal nächste Woche oder übernächste Woche sein, dass wir uns zusammensetzen, dass wir auch ein Fairness-Abkommen ausmachen, wo auch ein transparenter Umgang mit Geldern, mit Einnahmen und Ausgaben in der Wahlkampf dabei ist. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn viele Fraktionen hier mitmachen würden, weil wir reden immer so groß über Transparenz, wir reden immer so groß über bei uns selber anfangen, da müssen wir uns auch mal in der Praxis umsetzen. Ich werde gegen diesen Antrag stellen stimmen, weil das nichts mit WHO zu tun hat, aber ich hoffe, dass wir als WHO-Fraktion mal mit gutem Beispiel vorangehen können und ich hoffe, dass auf jeden Fall die Gras als Antragsteller dabei ist. Danke, Stefan. Stefan zieht zurück. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das sieht nicht so aus, also bringe ich den Antrag zur Abstimmung. Wer ist gegen den Antrag? Okay, 21, 22, 23, 23 Gegenstimmen. Gibt es Enthaltungen? Eins, zwei, drei, vier Enthaltungen pro Stimmen. Es sind dann 26 Pro Stimmen, somit ist der Antrag mehrheitlich angenommen. Gratulation an die AntragstellerInnen. Ich komme zum nächsten Antrag, ebenfalls von der GRAS. Einsatz gegen Lehrveranstaltungen von Personen, gegen die strafrechtlich ermittelt wird. Thomas Matthias Gras. Wolfgang Brandstetter sowie Christian Pilnercheck sind beides entweder Beschuldigte oder Verdächtigte in einem strafrechtlichen Verfahren. Es geht um Geheimnisweitergabe. Wer sich da genauer informieren möchte, es steht in unserem Antrag drinnen. Vor einigen Tagen wurde bekannt, dass Brandstetter und Pilnercheck am kommenden Montag, 15.03.2021 an der WU Wien ein Fachseminar mit dem Titel Aktuelle verfassungsrechtliche Probleme im Strafrecht abhalten werden. Im Rahmen des Artikel 17 StGG ist es zwar zulässig, dass strafrechtlich verfolgte Personen vom Recht der freien Lehre und Wissenschaft Gebrauch machen und somit Lehrveranstaltungen abhalten dürfen. Moralisch, aber vor allem ethisch gesehen ist es jedoch mehr als nur fragwürdig, wenn zwei politisch exponierte Personen, gegen die ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren läuft, gemeinsam oder nicht gemeinsam eine Vorlesung zum Thema Strafrecht abhalten. Die ÖH-Bundesvertretung möge daher beschließen, die der Vorsitzende sowie das Referat für Bildungspolitik müssen sich dafür einsetzen, dass Beschuldigte oder Verdächtige in einem strafrechtlichen Verfahren von sich selbst aus auf das Abhalten von Lehrveranstaltungen oder Gastverträgen verzichten, deren Inhalt mit der Rechtsmaterie zusammenhängt, deretwegen sie beschuldigt sind. Die, der Vorsitzende, muss über den Fortschritt dieses Einsatzes in der zweiten ordentlichen Sitzung der ÖH-Bundesvertretung im Sommersemester 2021 berichten. Und vorweg, bevor es jetzt dann auch noch irgendwelche Diskussionen gibt, in unserem Antrag steht drin, die oder der Vorsitzende sowie das Referat für Bildungspolitik müssen sich einsetzen, nicht dazu zwingen. Danke. Caro, dann Florian, du verdeckst mit deinem Kopf die Person hinter dir, das ist die Sophie. Sophie, Entschuldigung, Desmond war zuerst, okay, Entschuldigung, Caro, Desmond, dann Sophie, dann... Gut, Entschuldigung, es steht alles in der Liste. Caroline Engstfeld, Aktionsgemeinschaft, zwei Anmerkungen. Erstens widerspricht das komplett der Unschuldsvermutung, jeder auch Nicht-Jurist sollte die kennen. Und das Zweite, was viel gravierender ist, was ich eigentlich der antragstellenden Fraktion im Vorhinein schon gesagt habe, selbst wenn jemand freiwillig darauf verzichtet, diese Lehrveranstaltung abzuhalten, könnte er womöglich vertragsbrüchig werden. Man stellt sich vor, eine Hochschule schließt mit einem Vortragenden oder einer Vortragenden einen Vertrag. Diese Person verpflichtet sich dazu, einen Vortrag zu halten und soll dann einfach freiwillig darauf verzichten, weil sie beschuldigt in einem Strafverfahren ist, wo wiederum die Unschuldsvermutung greift. Das ist privatrechtlich einfach nicht haltbar und selbst jemanden darum zu bitten, selbst wenn man jemanden zwingen kann, finde ich absolut sinnlos, deshalb würde ich den einfach ablehnen. Desmond, dann Dora, dann Maximilian Wagner, dann Thomas und dann Sophie. Ich habe die Liste, ich lese es von der Liste runter, es ist nichts Persönliches. Okay, sorry, falls ich da vor anderen dran war, die früher da waren. Desmond Grossmann, Familie Flö, was mich an dem Antrag stört, ist die Undurchdachtheit, mit der er geschrieben wurde. Das ist jetzt kein Vorwurf von jemandem persönlich, aber ich habe mir einmal durchgelesen und mir gedacht, ich verstehe, was die Intention ist und ich finde auch nicht, dass Pilner, Jack und Brandstetter jetzt einen Vortrag über Verfassungs- und Strafrecht halten sollen, weil das ein bisschen absurd und eigentlich ein Treppenwitz ist. Aber der Antrag betrifft alle, nicht nur Pilner, Jack und Brandstetter, dann hätte ich ihn vielleicht verstanden. Der betrifft zum Beispiel auch Lehrende an großen Universitäten in Österreich, wie zum Beispiel der Uni Wien, die leider, und es gab auch diverse Medienberichte dazu, des Öfteren auch Strafanzeigen bekommen, wenn sie zum Beispiel eher politisch im linken Spektrum unterwegs sind und leider dort von politischen Rechten öfters mit der Strafverfolgung betraut werden. Diese Personen dürften dann auch nicht lehren. Ich glaube, eine Mehrheit in diesem Raum würde das nicht gutheißen, inklusive mir. Daher ist dieser Antrag abzulehnen, weil er einfach alles verpauschalisiert. Und grundsätzlich, ja, die Unschuldsvermutung gilt immer noch und auch wenn es mir bei manchen nicht schmeckt, es ist halt trotzdem so. Und vor allem, sie gilt auch für Leute, die einfach unschuldig angezeigt worden sind. Darum heißt sie Unschuldsvermutung. Danke. Dora. Dora Jandl, falls es durch, kann ich eigentlich bei beiden Vorrednerinnen anschließen, weil auch wir haben ja versucht, im Vorfeld euch schon einige Punkte auch bei diesem Antrag noch mitzugeben, die für uns, die gegen diesen Antrag sprechen, und das ist das, was der Desmond jetzt schon angesprochen hat. Also man muss sich schon noch, gerade als Fraktion, die sich auch als antifaschistisch und als links bezeichnet, schon noch überlegen, was gibt es für Machtstrukturen in unserer Gesellschaft, wer macht Recht eigentlich, wer bestimmt öffentliche Diskurse, und dann einen Antrag zu schreiben, dass Personen, die strafrechtlich verfolgt werden, vom universitären Leben eigentlich ausgeschlossen werden sollen, finde ich eigentlich extrem unverständlich. Danke, Maximilian Wagner, danach Thomas Knoch. Max Wagner, Aktionsgemeinschaft, alles, was meine Vorrednerinnen und Vorredner gesagt haben. Auch an der Uni Salzburg wäre ein Lehrender betroffen an der Politikwissenschaft, der bisher von der Universität die Rückendeckung hat. Es gilt die Unschulsvermutung und er hält weiterhin Lehrveranstaltungen. Und ein Punkt den Studierenden gegenüber, die natürlich jetzt auch Kurse erwarten, wenn jetzt sozusagen der Einsatz kommt, ein Herantreten, sie mögen freiwillig vielleicht vertragsbrüchig werden, und gleichzeitig wird der Kurs erst im Laufe des Semesters oder erst im nächsten Semester nachbesetzt. Es wäre allen Involvierten nicht fair gegenüber, hebt grundsätzliche Rechtsgrundsätze bei uns auf. Von dem her bin ich auch sehr gegen diesen Antrag. Dankeschön. Thomas, bitte. Thomas zieht zurück. Sophie, bitte. Danach Alina. Sophie, Ortschke, Jonas, alles, was meine Vorredner gesagt haben. Und ich glaube, witzigerweise ist sogar der Gras aufgefallen, weil mir die so sagt, sie sonst auffordern, damit sie selber zurücktreten. Das ist ja extrem komisch. Und wie soll das ungefähr ausschauen? So, hey Christian, wir finden es nicht so cool, dass du eine Lehrveranstaltung machst, das kannst du bitte nicht machen. Sie gibt ab. Das ist ein bisschen absurd. Alina? Alina Schlenz, jungliberale Studierende. Ich möchte auch noch den Aspekt einwerfen zu Studierenden und noch weiter ausführen. Wenn jemand mit ECTS rechnet für ein Seminar, dadurch seine ganze Stipendienanträge und Sonstiges auslegt und dann diese ECTS nicht bekommt, könnte es massive Nachteile für Studierende in ganz Österreich geben, für Zustände, für die sie nichts können. Danke. Stefan Bartosz. Stefan Bartosz-Grass, ich möchte nur ganz kurz auf dieses Unverständnis eingehen, das vorher geäußert wurde, und ich darf wiederholen, dass es eben um keine Verpflichtung geht. Es geht nicht darum, irgendwen zu zwingen. Es geht nicht darum, ein Gesetz zu erlassen, das irgendjemandem verbietet. Es geht nicht einen Millimeter darum, in die freie Wissenschaft und ihre Lehre einzugreifen, überhaupt nicht. Und es geht um genau diesen Appell, von der Sophie jetzt gerade gesprochen hat. Und ich finde das weiterhin vollkommen gerechtfertigt. Da kann man natürlich unterschiedliche Positionen dazu haben. Was ich aber nicht verstehe, ist eben ein permanentes und wiederholtes, gezieltes Missverstehen des Antrags, um das dann halt in irgendeinem Richt zu spinnen. Kann man schon machen, aber es ist halt einfach der Debatte nicht zuträglich. Dankeschön. Danke. Stefan Lisa. Lisa Baumgartner, Familie Flö. Es ist jetzt sehr konstruktiv argumentiert worden, warum das für die BVK-Antrag ist, der angenommen werden kann. Wenn es euch als Gras ein Anliegen ist, die Personen zu bitten, diese Lehre nicht abzuhalten, schreibt sie einer bitte ein E-Mail als Partei oder als Fraktion oder was auch immer. Danke. Gibt es weitere Wortmeldungen? Ansonsten bringe ich den Antrag zur Abstimmung. Das scheint nicht der Fall zu sein. Wer ist gegen diesen Antrag? Gibt es Enthaltungen? Zwei, drei, vier, fünf Enthaltungen gibt es pro Stimmen. Damit ist dieser Antrag mehrheitlich abgelehnt. Das war der letzte Antrag von der Gras. Ich würde die Listensprecherinnen bitten, kurz nach vorne zu kommen. Wir machen fünf Minuten Sitzungsunterbrechung. Fünf Minuten, Entschuldigung, natürlich, ja, um 5.46 Uhr geht es weiter. No worries. No worries. Aber dem Moment ist es wichtig. Ich freue 20 Uhr. Genau. Vielen Dank. 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 Ich habe jetzt lang gewartet. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. 100 Euro plus minus, ich kenne mich da nicht so gut aus, aber ich höre das so aus meinem Freundinnen- und Bekanntenkreis, ebenso auch eine Kieferkorrektur, die auch ziemlich teuer werden kann im Alter der Studierenden. Und da haben wir die Idee gehabt, dass die ÖH hier etwas Neues probieren kann, etwas Spezifischeres. Also ich weiß, dass es diesen Sozialfonds zwar gibt, aber erfahrungsgemäß macht es halt mehr Sinn, etwas beim Namen zu nennen, also zu sagen, es gibt einen Fonds für gesundheitliche Fragen, dort werden dann auch mehr Menschen mit diesen Fragen dann kommen. Und ich habe den Antrag auch bewusst so formuliert, dass da ein bisschen mehr Spielraum ist, auch was den Betrag angeht, damit sich auch die Referentinnen sich dem widmen können und natürlich auch ihre Expertise einfließen lassen können. Ich wollte jetzt nicht irgendeine Zahl hier vorschreiben und am Ende heißt es dann, ja, das geht sich nicht aus oder es lohnt sich nicht, sondern ich würde da eben die Referate dann damit beauftragen, hier einen Vorschlag zu bringen. Mir ist es trotzdem wichtig, dass das hier beschlossen wird in der BV, dass das auch nicht irgendwie versandet, sondern dass man das auch wirklich weiter im Blick hat. Genau, darum stelle ich diesen Antrag. Die Bundeswehr haben möge beschließen, einen Gesundheitsfonds zur Unterstützung von Studierenden für ihre Ausgaben im medizinischen Bereich einzurichten und das Sozialreferat soll mit Unterstützung des Sozialausschusses Richtlinien bis zur zweiten ordentlichen Sitzung der Bundesvertretung ausarbeiten. Dankeschön, Hanna. Ja, ich muss dich leider enttäuschen, einen Formalantrag auf Verschiebung in den Sozialausschuss stellen. Das mache ich nicht, weil das Thema nicht wichtig wäre und weil es nicht wichtig ist, dass wir uns damit auseinandersetzen, aber zu einer demokratischen Auseinandersetzung gehören und dass wir uns gescheit auch damit beschäftigen, gehören nicht nur die Referenten dazu, sondern alle Fraktionen, die sich das gemeinsam anschauen, in einem Ausschuss beispielsweise. Es ist ein bisschen kompliziert, weil wir haben ja auch einen Therapiefonds, wir berücksichtigen Gesundheitsprobleme im Sozialfonds sowie im Corona-Härtefallfonds und darum ist es jetzt schwierig zu sagen, inwiefern man das wirklich einbringen kann, inwiefern das gescheit ist, was genau dann gescheit wäre und weil wir uns jetzt so kurzfristig nicht gut mit diesem Thema beschäftigen, also nicht ausführlich genug mit dem Thema beschäftigen haben können, wäre es, glaube ich, besser, sich einmal wirklich Zeit dafür zu nehmen. Dankeschön. Gibt es weitere Wortmeldungen? Du hast einen Formalantrag gestellt, ja. Gibt es eine Kontra-Rede dazu? Dann bringe ich den Formalantrag zur Abstimmung. Gibt es Gegenstimmen? Eine Gegenstimme. Gibt es Enthaltungen? Eine, zwei Enthaltungen. Gibt es Pro-Stimmen? Somit ist der Formalantrag mehrheitlich angenommen und wird im Sozialausschuss behandelt. Gut. Ein zweiter Antrag noch, richtig? Antrag Studieheime. Ja, ich habe einen korrigierten noch in die Cloud gestellt, also mit einem zweiten Unterpunkt. Unter numbered and sorted. Ja, genau. Numered and sorted müsste es sein. Nein, nein, nein. In Docs-Format. Ja, genau. Ja, genau. Genau. Okay. Preis-Obergrenze für Studierendenheime. Also wir sind der Meinung, dass die Preise für Studierendenheime in den letzten Jahren nach oben geschossen sind und eigentlich ihren Zweck verfehlen, leistbaren Wohnraum für Studierende zur Zeit ihres Studiums zu bieten. Wenn man sich die Berichte und Zeitungsartikel der letzten Jahre anschaut, merkt man, dass der Trend in Richtung Luxusheime geht, die für Normalsterbliche, sage ich mal, nicht mehr wirklich leistbar sind und eigentlich nur noch gewinnorientiert sind. Und wir wollen, dass das ein bisschen der Trend zurückgeht zur Gemeinnützigkeit und sehen eigentlich die Möglichkeit einer gesetzlichen Regelung, einer Preis-Obergrenze, also einer Mietzins-Obergrenze kann man es nicht nennen, das ist ja kein Mietobjekt quasi. Und genau, daher dieser Antrag, dass man sich auch mit dem Gesetzgeber damit auseinandersetzt und da auch mal das einbringt. Genau, daher der folgende Antrag, die Bundesöhe möge sich gegenüber dem Gesetzgeber für eine Preis-Obergrenze für Studienheime sowie für den Ausbau von Studierendenheimplätzen zu leistbaren Preisen durch die öffentliche Hand einsetzen und als Richtwerte sollen die Mietpreise des städtischen Wohnbaus des jeweiligen Standorts herangezogen werden. Eben, und da wollten wir auch nicht jetzt irgendeine Vorgabe machen, was das kosten soll, sondern da sehen wir den städtischen Wohnbau, die Gemeindewohnungen als Vorbild in dieser Hinsicht, weil ja Studierende oft nicht berechtigt sind, im Gemeindebau zu wohnen. Dankeschön, Alice. Alice Hörgras, ich melde mich ab. Gibt es weitere Wortmeldungen zum Antrag? Gut, dann bringen wir den Antrag zur Abstimmung. Gibt es Gegenstimmen dazu? Acht Gegenstimmen, Enthaltungen? Und Pro-Stimmen? Somit ist der Antrag mehrheitlich angenommen. Wenn ich das richtig im Kopf habe, kommen wir jetzt zu den Anträgen der Junos. Wuhu! Der erste Antrag teilt seit Semester. Sophie Wotschke, junge liberale Studierende. Ich halte es kurz. Der Antrag ist aufbauend auf dem letzten Antrag, aber ein bisschen weitergehend und geht vor allem in die Richtung von Evaluierung der Konzepte, die wir als Bundesvertretung schon beschlossen haben durch Experten. Ich lese einfach den Beslusstext vor. Die ÖH möge deshalb beschließen, dass sich die ÖH gegenüber allen Stakeholdern, insbesondere gegenüber dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung für die Einführung eines Teils des Semesters einsetzt. Das bestehende Konzept von einem Experten geprüft wird und infolgedessen ein Vorschlag für eine gesetzliche Implementierung erarbeitet wird. Dieses Gutachten ist bis zur zweiten ordentlichen Sitzung im Sommersemester 2021 der ÖH-Bundesvertretung vorzulegen. Nach erfolgreicher rechtlicher Prüfung das Konzept verpflichtend dem Ministerium vorzulegen ist und im Rahmen einer öffentlichen Kampagne Druck gemacht wird, hierzu sollen in den Monaten März und April mehrere Postings auf allen ÖH-Kanälen Instagram, Facebook und Twitter gemacht werden. Bei Fragen jederzeit sehr gerne. Gibt es Wortmeldungen dazu? Caroline Gürtel-Gras, ich übertrage meine Stimme auf Elsa Eder und ich melde mich ab. Okay. Gibt es weitere Wortmeldungen dazu? Dem scheint nicht so. Dann komme ich zur Abstimmung. Gibt es Gegenstimmen zu diesem Antrag? Gibt es Enthaltungen zu diesem Antrag? Pro Stimmen? Somit ist der Antrag mehrheitlich angenommen. Der Nächste. Wie bitte? Protokollierung der Stimmverhalten. Protokollierung der Stimmverhalten, sehr gerne. Möchte sonst noch jemand seine Stimme protokollieren? Jörg Dreyer, Aktionsgemeinschaft. Ich habe gegen diesen Antrag gestimmt, weil er für FH sehr kritisch zu sehen ist. Wir kommen zum nächsten Antrag mit Belegung FH-Studierenden. Sophie Wotschke, Yunus. Ja, das hat gestimmt. Wir bringen den Antrag gemeinsam mit der FLÖ ein. Worum geht es? Es geht darum, dass FH-Studierende teilweise Kurse an Unis besuchen müssen, das aber dann teilweise von der Uni erschwert wird, sodass sie sich extra für die Uni inskripieren müssen. Ein spezifisches Beispiel wäre zum Beispiel die TU, wo unsere Mandatarin, die Laura, die heute leider nicht hier sein kann, sich extra inskripieren musste, um Kurse zu machen, die sie in ihrem FH-Studium verpflichtend machen muss, was ein bisschen absurd ist. Das heißt, Beslusstext, die ÖH möge beschließen, dass sie sich dafür einsetzt, dass auch Studierende an Fachhochschulen eine Mitbelegung an anderen Hochschulen ermöglicht wird. Dafür wird der Kontakt mit der Fachhochschulenkonferenz hergestellt. Eine fraktionsneutrale Social-Media-Kampagne im Zeitraum von 1. bis 30. April 2021 auf Seiten der ÖH-Bundesvertretung eingerichtet und die Forderung nach dem Mitbelegungsrecht in ihre offiziellen Forderungen aufgenommen. Auch hier bei Fragen jederzeit sehr, sehr gern. Gibt es Wortmeldungen dazu? Max? Ein Moment, ich übertrage die Sitzungsleitung wieder an die Johanna. Gerne. Maximilian Wagner. Max Wagner, Aktionsgemeinschaft. Der Mitbelegungsparagraf im Universitätsgesetz ist der Paragraf 63 9, der genau zwei Fälle für Mitbelegungen definiert. Zum einen die gemeinsam eingerichteten Studien. Und der zweite Fall ist das Mitbelegen in dem Fall, wenn bescheidmäßig vom studienrechtlich monokratischen Organ mitgeteilt wird, dass aufgrund einer nicht mehr angebotenen Lehrveranstaltung an der entsprechenden Uni die Prüfung an einer anderen Hochschule belegt werden kann. Ich habe das jetzt auch in der Vorbereitung immer gelesen, dass es euch darum geht, dass FH-Studierende nicht mehr angebotene Lehrveranstaltungen an Unis mitbelegen können. Aber jetzt höre ich irgendwie raus, dass es um gemeinsam eingerichtete Studien geht. Es geht um die Gleich- Dazu zwei Fragen. Also zum einen, FHs und bescheidmäßige Erledigung ist ja ein eigenes bildungspolitisches Feld für sich. Die FHs können nicht so einfach mit Bescheiden agieren, weil sie nicht als Behörde auftreten wie Universitäten und pädagogische Hochschulen. Zum Zweiten wäre meine Frage, der Fall, den ihr jetzt hier beschrieben habt, ist ja gar nicht abgedeckt, auch von der jetzigen universitären Mitbelegung, weil das ja gar nicht einfach so machbar ist, sondern genau für den einen Fall eine Lehrveranstaltung in meinem Pflichtcurriculum an der Uni wird nicht mehr angeboten. Dann kann ich per Bescheid an eine andere Hochschule wechseln und eine gleichwertige Lehrveranstaltung machen. Wann tritt dieser Fall an einer Fachhochschule auf, die mit Ausbildungsverträgen die LV-Abdeckung garantieren? Das wäre jetzt mal eine konkrete Frage, weil ich verstehe das Beispiel nicht. Danke, Sophie. Sophie Watschke, Jonas. Jetzt muss ich kurz überlegen, was der erste Punkt von dir war. Wow, angeblich hat man nach 24 Stunden keinen Schlaf, das Konzentrationslevel von einem Promille Alkohol. So, that's great. Dein erster Punkt war, kannst du mich kurz erinnern? Ah, der Punkt ist genau, dass es eben nicht an der FH schreit in diesem Fall, sondern an der TU selber, die nicht sagt, okay, man kann einfach mitbelegen, sondern so wie ich es verstanden habe, sagt, du musst dich als eigenes Studium inskriptieren und das dann anrechnen lassen. Das heißt, der Punkt ist genau, es scheitert nicht an der FH, sondern eben nur an der Uni. Und soweit ich weiß, ist es eben an dieser FH, in Laurium Technisches Studium, so, dass sie genau dieses Fach nicht mehr dort machen kann, es jetzt aber an der Uni machen soll. Wenn das Sinn ergibt. Ja, es ist zuerst der Sebastian, dann kannst du den Max. Sebastian Müllbau, Aktionsgemeinschaft. Also, es geht um einen konkreten Fall, sozusagen, der ein Anlassfall war. Das hätte ich jetzt bis jetzt eigentlich noch nicht rausgehört. Und es wäre die Frage, also was genau das Problem ist. Ich verstehe es noch nicht ganz, weil normalerweise, wenn die einzige Möglichkeit, wo das sein kann, ist, wenn sich ein Studiengang zum Beispiel relativ stark ändert. Das bedeutet, du hast zum Beispiel eine Jahreswiederholung und kommst dann in den neuen Jahrgang mit einem neuen Studienplan. Aber da wird ja grundsätzlich eh auch geschaut, dass man irgendwie die Möglichkeit findet, mit Anrechnungen und etc. zu arbeiten. Also, aus meiner täglichen Erfahrung, ich, also, ich verstehe noch nicht ganz, wo dieser Problemfall ist, dass es genau das braucht. Maximilian Wagner. Max Wagner, Aktionsgemeinschaft. Danke für die Erklärung. Ich glaube, ich verstehe den Fall jetzt etwas besser. Wobei sozusagen die einfache Einführung einer Mitbelegung ist gar nicht so einfach möglich, weil dazu im FH-Sektor auch erst mal, wenn man es analog regelt, auch mal ein komplettes Bescheidwesen eingeführt werden muss, dass überhaupt das nicht dort nicht existierende studienrechtlich monokratische Organ, wer auch immer das ist, berechtigt, mit einem Wisch Studierende loszuschicken an Hochschulen in einem fremden Hochschulsektor, der nicht direkt über das BMBWF finanziert wird. Also, das sind mehrere Fallstricke und ich hätte das jetzt ebenfalls rausgehört. Das ist ein sehr spezifischer Fall und kein breites Problem. Das, was auf keinen Fall geht, ist das einfach so Belegen von Lehrveranstaltungen, weil man mag. Und in dem Fall gibt es sowieso den Umweg über die Inskription in ein Studium. Es ist nicht elegant, aber ich bin mir da unsicher, ob die Lösung nicht einen Elefanten aus einer kleineren Sache macht, die eigentlich auch sehr lokal für eine einzelne Studentin oder Student geregelt werden kann. Also, ich sehe nicht, dass wir hier ein großes Problem lösen und gleichzeitig sehe ich, dass wir viele Probleme neu aufmachen, die grundsätzlich im rechtlichen Bereich dann erneut gelöst werden müssen. Gibt es noch weitere Wortmeldungen? Ja, Sophie, bitte. Fünf Minuten Sitzungsunterbrechung und Antrag abzuändern. Dankeschön. Wir machen fünf Minuten Sitzungsunterbrechung und wir setzen die Sitzung fort um 6.14 Uhr. Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Bitte alle nutzt die Pause, sammelt die Pfandflaschen ein, versucht schon ein bisschen wegzuräumen vielleicht. Vielen Dank. 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 Danke. Wir kommen zum nächsten Junos-Antrag. Feedback bei Bewerbungen. Sufi Watschke. Danke, Junos. Damit das in Zukunft, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist, glaube ich, im Sinne der Höflichkeit, das und auch der Profis-Projekt, das ist, 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 Danke. Thomas, bitte. Thomas Knoch, Hochschülerinschaft an der Fachhochschule Kärnten. Ich würde das durchaus befürworten mit einer weiteren Begründung, da geht es einfach um Employer Branding. Personen, die sich auf solche Ämter bewerben, sind Studierende. Das ist eine Message, die die ÖH nach außen sendet an ihre BewerberInnen und in dem qualifiziertes und hilfreiches Feedback gegeben wird, hat man davon noch einen Nutzen davon, von einer Absage und ich denke, es spricht überhaupt nichts dagegen, dass man dem Antrag zustimmt. Dankeschön. Gibt es weitere Wortmeldungen? Eine Klarstellung, sorry, das ist, glaube ich, unser Versehen. Wir haben einen neuen Antrag zugeschickt, hoffe ich, weil ich habe vorgelesen, dass man zu der Absage eine Begründung bekommt, wieso man die Absage erhalten hat, nicht Feedback, einfach weil Feedback doch recht viel Aufwand ist und im Sinne der Effizienz eine Begründung, wie soll ich sagen, angemessener ist. Also Begründung, nicht Feedback. Danke, ist allen klar, was damit gemeint ist? Gut, Schweigen ist Zustimmung in diesem Falle, dann komme ich auch schon zur Abstimmung, wenn es keine weiteren Wortmeldungen gibt. Das ist nicht der Falle, wir kommen zur Abstimmung. Wer ist gegen diesen Antrag? Gibt es Enthaltungen? Wer ist für den Antrag? Somit ist der Antrag mehrheitlich angenommen. Gratulation an die AntragstellerInnen. Wir kommen zum nächsten Antrag der Junos, dieser Erlass des ÖH-Beitrags aufgrund der sozialen Lage der Studierenden. Ja, ich habe die schon. Bitteschön. Ja, Nessa Blatnig, Junos, junge liberale Studierende. Die finanzielle Lage von vielen Studierenden ist durch die Covid-Krise besonders angespannt. Und 40 Euro mögen da oberflächlich betrachtet wirklich keine große Summe spielen. Aber es hat für viele dennoch Auswirkungen. Und das HSG sieht eben im Paragraf 38 Absatz 5 explizit eben auch die Möglichkeit vor, dass man da Ermäßigungen oder Befreiungen des ÖH-Beitrags vorsehen kann. Wir haben diesen Antrag eingebracht mit den Richtlinien dazu. Das HSG sieht da eben vor, dass die Bundesvertretung für die Hochschulvertretungen der allgemeinen Richtlinien beschließt. Die Richtlinien werde ich nicht vorlesen, die stehen da oben. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr dazu stimmt, denn es geht schon. Es ist wichtig, dass wir da Leuten in sozialen Schwierigkeiten, in finanziellen Schwierigkeiten noch helfen. Dankeschön. Sarah, danach Max. Sarah Welitsch, VSSDÖ. Ja, also man merkt, ihr könnt euch noch nicht ganz entscheiden, wie ihr so eure sozialpolitische Linie fahren wollt. Aber ist okay, wir können gerne darüber reden. Beim Problemaufriss stimmen wir, glaube ich, überein. Wir sehen eindeutig, dass auch in dieser Krise die Studierenden vergessen wurden. Unsere soziale Absicherung ist momentan non-existent. Da muss sich auch die ÖH als Interessensvertretung stark dafür machen. Nur wäre es jetzt in dieser Situation das Kontraproduktivste, was man tun kann, die ÖH-Beiträge als einzige finanzielle, oder nicht einzige finanzielle Grundlage, aber eine der größten finanziellen Grundlagen für die ganzen finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten, die die ÖH anbietet, für Studierende, die in finanzieller Notlage sind, zu streichen, zu kicken. Und für uns ist der ÖH-Mitgliedsbeitrag als solidarische Abgabe dafür, dass wir treffsicher den Leuten helfen können, die wirklich finanzielle Schwierigkeiten haben, auf jeden Fall das wert. Und deshalb stellen wir einen Gegenantrag hier an dieser Stelle gemeinsam mit Flö und Gras. Der wurde schon vorhin eingeschickt und ich werde ihn kurz vorlesen. Die ÖH möge beschließen, weil wir ja schon den Studierenden helfen wollen, vor allem gerade in der Situation, dass die ÖH fordert erneut den Erlass der Studiengebühren mit Nachdruck aufgrund der dramatischen sozialpolitischen Auswirkungen auf Studierende seit Beginn der Corona-Pandemie mittels wirksamer Öffentlichkeitsarbeit, wie beispielsweise Presseaussendungen, Medienaktionen, Social-Media-Postings. Dieser Erlass soll direkt aus Mitteln der öffentlichen Hand finanziert werden, um nichts zu Lasten des Hochschulbudgets gehen. Danke. Max Wagner, dann Sophie. Max Wagner, Aktionsgemeinschaft. Ich habe jetzt leider einen Satz mehr zu sagen. Ich würde dem Gegenantrag empfehlen, Studienbeiträge hier genauer zu definieren, weil wir haben auch im Hauptantrag die im HSG definierten Studienbeiträge, die in dem Fall aber, Studierendenbeiträge, aber Studiengebühren, Studierendenbeiträge im Haupt- und Gegenantrag. Das war aber nicht mein Hauptpunkt. Eine Frage an die Junus zu den Kriterien. Dort steht drinnen, wer Studienbeihilfe bezieht, fällt unter der Richtlinie zumindest in den Erlassbereich. In allen Sozialrichtlinien der Fonds, die die Bundesvertretung hat, ist das aber explizit ein Ausschlusskriterium für soziale Förderbarkeit. Gleichzeitig werden aber auch die Studierenden, die gefördert werden oder unter Förderungen fallen, ebenfalls definiert als eine Gruppe, der der ÖH-Beitrag erlassen werden kann. Also zumindest sollte man dort einheitlich im Gesamt-ÖH-Kontext bleiben. Also entweder ist Studienbeihilfe förderungsbedürftig oder nicht. Und der Gegenantrag ist natürlich, bezieht sich jetzt rein auf die Studienbeiträge, die laut UG, HG und FAG erhoben werden und hat nichts mehr mit dem ÖH-Beitrag zu tun. Sophie? Sophie Wotschke, junge, liberale Studierende. Max, ich stimme vollkommen zu, das hat nichts mehr mit dem anderen Antrag zu tun, aber das macht nichts. Wir finden auch den Antrag sehr schön und hängen uns sehr gerne mit einem Zusatzantrag an, der den gesamten vorderen Antrag beinhaltet. Also um die Abstimmung darüber kommt sie nicht vorbei. Womit wir bei meinen Punkten, anderen Punkten zum eigentlichen Thema wären. Erstens, die ÖH hat 12 Millionen Euro in Rücklagen. Sarah, ich sehe dich gerade nicht da, sie ist da. Okay, hi. In der größten Krise der Zweiten Republik. Genau dem Sinn, für den man eigentlich Rücklagen hat, kann man die auch verwenden. Also da jetzt zu sagen, ah, wenn man jetzt anfängt, ÖH-Beitrag zu erlassen, wegen finanzieller Bedürftigkeit, soll irgendwie die ÖH plötzlich auf wankende finanzielle Beine bringen, stimmt einfach nicht. Und der zweite Punkt ist, es ist mehr eine Frage des, es ist mehr eine symbolische Frage, ob ich jetzt von Leuten, die ohnehin schon in finanziell schweren Situationen sind, wo ich sage, oh, die haben so wenig, wir müssen ihnen mehr geben, wir müssen sie unterstützen, ob ich von denen noch 40 Euro einheben will, obwohl ich sie gar nicht brauche. Und da sagen wir, nein, das muss nicht sein. Danke, Naima. Naima Kubara, Familie Flöhe. Ich fühle mich jetzt extrem alt, weil ich auf die Vorperiode noch irgendwie bezogen nehmen muss. Aber es gab dazu mal eine Arbeitsgruppe, ich glaube, die Dora, Saastau, Sozialreferent, sind noch drinnen. Ich war damals auch in einer Arbeitsgruppe und da war, ich glaube, es war fast eins, so eins derselbe Antrag, der dort besprochen wurde. Und es gab extrem viele rechtliche Fragen, die dort noch offen geblieben sind. Unter anderem die rechtliche Frage, wie das mit der Fortmeldung funktioniert und wer die Haftung übernimmt, wenn die Fortmeldung nicht rechtzeitig erlangt, nachdem der ÖH-Beitrag nicht mehr eingezahlt werden muss. Und all diese Punkte sind meines Wissens nach bis heute rechtlich nicht geklärt, beziehungsweise gibt es dafür auch kein neues Konzept von Seiten der Junos. Sollte sich das nicht geändert haben, finde ich, muss man entweder nochmal diskutieren drüber und tatsächlich ein Konzept erstellen oder man kann halt diesem Antrag so nicht zustimmen, weil er einfach nicht umsetzbar ist in der Realität. Vor allem nicht für HV-Vorsitzende. Danke. Thomas. Thomas Knoch, Fachaufschule Kärnten. Das klingt für mich so, als würde man so etwas Ähnliches wie ein Sozialfonds fordern, nur dass in dem Fall halt nichts gezahlt wird, anstatt dass, wenn man Mitglied ist und in einer sozialen Notlage ist, Anspruch auf Gelder aus dem Sozialfonds hat. Gibt es weitere Wortmeldungen? Ja, Max, du zuckst mit der Schulter. Das fragt eine Aktionsgemeinschaft. Ich habe zwar noch keine Antwort auf die Frage mit der Studienbeihilfe im Kriterium bekommen, wollte aber nur sagen, wenn eine Hochschulvertretung alle seine Studierenden gemäß Richtlinie ausnimmt, die ÖH-Beitragsverteilung geht nicht von den Beiträgen dieser einzelnen Hochschule aus, sondern wird ja alle Quoten nach Studierenden zahlen und der gesamteingenommenen Beiträge aus den Sektoren verteilt. Ich würde fragen, wäre das ein System, wo eine Hochschule nichts einhebt, aber trotzdem sozusagen als Hochschule noch volle Beitragszuteilungen bekommt, ja oder nein? Das wäre spannend zu wissen und ich weiß nicht, ob es bedacht ist oder ob ihr da eine Lösung habt. Danke. Gibt es noch Wortmeldungen? Dem scheint nicht der Fall zu sein, da die Antragstellerin den Gegenantrag in ihrem Antrag aufgenommen hat. Stimmen wir nur noch für den Hauptantrag mit... Nein? Okay, das heißt, wir stimmen zuerst über den Gegenantrag an und wenn der Gegenantrag angenommen wurde, dann fällt der Hauptantrag gut. Entschuldigung, dann stimmen wir zuerst über den Gegenantrag ab. Stimmen gegen den Gegenantrag. Danke. Gibt es Enthaltungen? Stimmen für den Gegenantrag. Somit ist der Gegenantrag mehrheitlich angenommen und der Hauptantrag fällt. Und jetzt können wir noch über den Zusatzantrag abstimmen. Können wir den auch nochmal sehen? All righty, das heißt, wir stimmen... Okay, das heißt, der Inhalt des Hauptantrags ist jetzt der Zusatzantrag geworden. Wir stimmen über diese Inhalte ab. Stimmen gegen diesen Antrag. Gibt es Enthaltungen? Stimmen für diesen Antrag? Damit ist der Antrag mehrheitlich gefallen. Das heißt, nur der Gegenantrag bleibt bestehen. Wir kommen zum nächsten Antrag von den Junos. Es ist der Antrag 51 Mental Health Matters. Nein, der ist zurückgezogen. Entschuldigung, wir kommen zum Antrag 52 Digitalisierungsfördertopf für sozial benachteiligte Studierende. Jan-Peter Stering, Juno Studierende. Erste Sache, rein aus Interesse, vielleicht magst du dir die Zeit nehmen und einmal nachschauen, wie oft wir in dieser Periode Studien, Beitragsrückerstattung oder Ähnliches gefordert haben. Mein Tipp ist 25 Mal oder so. Ja, vielleicht nimmt sie aber die Zeit, wäre wirklich einfach lustig zu wissen. Ich spare mir jetzt die lange emotionale Rede, die mir ausgedacht hat. Ich glaube, wir wollen alle haben. Es ist halber sieben. Ich bin auch saumiert. Und ich fange damit an, dass ich mir da Sarah anschließe. Die hat gesagt, soziale Absicherung ist non existent. Das würde ich nicht in der Drastizität sagen, aber es ist sicher ein großes Problem. Und was sie auch gesagt hat, ist, dass wir treffsicher denen helfen sollen, die wirklich Hilfe benötigen. Und da bin ich eigentlich ganz bei dir. Ich glaube, dass das eine ganz sinnvolle Sache ist. Und ein Thema, wo wir, glaube ich, Studierenden gerade sehr unter die Arme greifen können und definitiv sollten, mit dem Geld, was zur Verfügung steht, ist, dass wir ihnen bei IT-Infrastruktur, beziehungsweise bei Geräten, beziehungsweise Notebooks, Tablets und Software unter die Arme greifen, da, wo sie es brauchen und da, was notwendig ist. Und dementsprechend der Beslusstext, dass die ÖH-Bundesvertretung einen großen Digitalisierungszuschusstopf einrichten soll, in der Höhe von einer Million Euro, aus der Studierende mit sozialer Bedürftigkeit Zuschüsse ansuchen können für Geräte unter anderem oder eben Softwares. Okay, ich habe fast den Faden verloren. Dass man vor allem auch mit dem Ministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort sich einen Termin ausmacht, um zu schauen, ob es da nicht irgendeine Form von Kooperation geben kann. Ich bin der Meinung, dass, wenn für die Schulen so viel Geld springen gelassen wird, dass Schülerinnen und Schüler adäquat ausgestattet sind, dass vor allem auch sozial benachteiligte Studierende definitiv besser unterstützt werden sollten und, ja, dass im Referat für wirtschaftliche Angelegenheiten konkrete Richtlinien ausgearbeitet werden sollen, welche Gruppen insbesondere eingeschlossen werden sollen von diesen Förderungen, steht eh im Antrag, das lies ich euch jetzt nicht mehr vor und eine Bewährungskampagne für den Zuschuss wäre natürlich auch sehr nett. Danke. Dankeschön. Lisa, bitte weitere Wortmeldungen. Lisa Baumgartner, Familie Flö. Grundsätzlich würde ich ja gerne zuerst diskutieren, aber wie ihr gerade gesagt habt, wie wir ihn haben. Deshalb, sage ich Gott, also wir finden den Antrag grundsätzlich sinnvoll. Da wir aber schon gelernt haben, am Beispiel der Flö, dass wir um die Uhrzeit ungern große Summen beschließen, stelle ich den Formalantrag auf Verschiebung in den Wirtschaftsausschuss. Formaler Antrag in Verschiebung in welchen? Ich habe es akustisch nicht. Wirtschaftsausschuss. Ja, Kontrarede. Stephens Lager, junge, liberale Studierende. Ich fände es extrem schade, wenn der Antrag in den Wirtschaftsausschuss verschoben werden würde, denn es dauert noch, bis der Wirtschaftsausschuss wieder tagt. Das Problem ist aber ein dringliches Problem. Es schaut nicht danach aus, dass die Hochschulen bald wieder auf reinen Präsenzunterricht umstellen werden und deswegen wäre es halt sehr schade, wenn die Studierenden, die unsere Unterstützung wirklich gebrauchen könnten, noch länger darauf warten müssten, weil wir zuerst im Ausschuss darüber diskutieren müssen, da wahrscheinlich erst in ein paar Monaten stattfindet, dann wieder in der Bundesvertretung. Das zieht sich alles, aber die Studierenden brauchen unsere Unterstützung jetzt. Danke, Steph. Wir stimmen über den Formalantrag über die Verschiebung in den Wirtschaftsausschuss ab. Stimmen gegen die Verschiebung in den Wirtschaftsausschuss. Ja, gibt es Enthaltungen? Pro Stimmen. Somit wird dieser Antrag mehrheitlich verschoben in den Wirtschaftsausschuss, mit einer Mehrheit in den Wirtschaftsausschuss verschoben. So, dann kommen wir zum nächsten Antrag der Juniors, der da wäre, Digitalisierungsfonds für Österreichs Hochschulen. Lukas Schobersberger, junge liberale Studierende, ähnlicher Titel, aber anderer Inhalt. Um es kurz zu machen, wir wissen alle, wie es um die Digitalisierung an vielen österreichischen Hochschulen bestellt ist und wir wissen auch, dass es viel Geld kostet, Digitalisierung nachzurüsten. Deswegen in aller Kürze der Beslusstext, dass man in einem Termin mit dem BMBWF einen Digitalisierungsfonds vorschlagen soll, in Höhe von 50 Millionen, aus welchen Hochschulen Förderungen beziehen können. Damit sollen elektronische Geräte und Software für Lehrende sowie jede andere Form von Informationstechnik mitfinanziert werden, die für die Fernlehre notwendig sind. Außerdem sollen damit Distance-Learning-Kurse für Lehrende gefördert werden. Insgesamt sollen nach Größe der Hochschule maximal zwischen 250.000 und 1 Million ausbezahlt werden. Aus dem Digitalisierungsfonds soll nur einmal bezogen werden. Und bei der zweiten ordentlichen Sitzung im Sommersemester 2021 soll über den Stand der Einrichtung eines solchen Digitalisierungsfonds und über das Gespräch mit dem BMBWF berichtet werden. Dankeschön. Gibt es Wortmeldungen zu diesem Antrag? Es gibt keine Wortmeldungen. Ah doch, Wolfgang, bitte. Jetzt haben wir, Wolfgang Dentner, Familie Flöö. Jetzt haben wir gerade einen Antrag gehabt, wo es um Millionen aus ÖH-Geldern oder Ministeriumsgeldern gegangen ist für Studierende, was ja grundsätzlich zu begrüßen ist. Jetzt geht es da um 50 Millionen, mit denen wir Geräte für die zumeist nicht schlecht verdienende Professorenkurie und Professorinnenkurie finanzieren sollen. Ich verstehe das jetzt nicht ganz. Also, dass die arbeiten sollen, ja, ich verstehe jetzt Schulungen, Unterstützung von Lehrenden, aber warum sollen wir jetzt fordern, dass das Ministerium gutverdienenden Personen auch noch Geräte kauft? Also, ich verstehe es tatsächlich einfach nicht. Ja. Lukas Schuversberger, Junos. Es geht darum, dass man die Hochschulen als Ganzes in puncto Digitalisierung nachrüstet. Es geht nicht darum, Professoren selbst jetzt neue Laptops etc. zu kaufen. Aber wenn man sich zum Beispiel mal die Technik darin anschaut, dann, glaube ich, stellen wir sehr schnell fest, dass man dort mit 1.000 Euro nicht weit kommt. Also, die Zahlen scheinen jetzt zwar zuerst hoch, aber die Technik ist halt einfach unglaublich teuer. Und wenn wir da mal von 10 Hörsälen irgendwo reden, wo wir so eine Technik installieren wollen, wo man aber auch dazu sagen muss, dass es vielleicht auch mittlerweile nicht mehr High-End-Technik ist, digitalisierungsmäßig, dann sind wir mit dem Geld relativ schnell fertig. Ja, Sophie Wotschke. Sophie Wotschke, Junos. Ja, die Frage nach 50 Millionen ist eine spannende. Wie sind wir darauf gekommen? Ganz einfach, es gibt für Deutschland Berechnungen, wie viel es brauchen würde, die Hochschulen auszufinanzieren, was Digitalisierung angeht. Das sind 500 Millionen Euro. Wir haben das einfach mal, weil es für Österreich keine entsprechenden Studien oder Erhebungen gab, durch 10 dividiert und sind auf 50 Millionen Euro gekommen. Deshalb 50 Millionen. Danke für die Erklärung. Thomas. Thomas Knoch, Hochschulernschaft an der FH Kärnten. Überschlagsmäßig gibt es jetzt um die 380.000 Studierende in Österreich, davon ca. 90.000 an der Universität Wien. Ich verstehe die Aufteilung nicht so ganz. Man hat 50 Millionen, kann aber maximal eine Million beantragen. Das geht sich für mich nicht ganz aus. Dankeschön. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das sieht nicht danach aus. Ich bringe den Antrag zur Abstimmung. Gibt es Gegenstimmen? Vielen Dank. Danke. Gibt es Enthaltungen? Pro Stimmen? Danke. Somit ist der Antrag mehrheitlich abgelehnt. Wir kommen zum nächsten Antrag. Von den Junos und KSV KJÖ. Hol dir, was dir zusteht. Ja, das hätte auch niemand erwartet. Hol dir, was dir zusteht. Stipendien erhöhen. Dario, bitte. Möchtest du anfangen? Ich mache die Einführung. Okay, erstens. Wie cool ist Junos und KSV? Zweitens machen wir den Beschlussstext. Dann mache ich den ersten Punkt und den zweiten Punkt. Von mir aus. Es geht grundsätzlich um Stipendien. Wie der Titel hol dir, was dir zusteht, sagt. Die ÖH möge beschließen. Die Bundesöher macht im kommenden Juni auf ihren Social-Media-Accounts auf das Angebot von Stipendien aufmerksam und klärt über die Anspruchsvoraussetzungen sowie das Verfahren, über die man diese Stipendien anfragen kann, auf. Das Referat für Sozialpolitik wird evaluieren, welche Angebote zu Stipendien es an welchen Hochschulen gibt, wie hoch die zur Verfügung stehenden Mittel jeweils sind und ob diese im Hinblick auf die Anzahl der AntragstellerInnen ausreichen. Basierend auf den Ergebnissen dieser Evaluierung setzt sich das Vorsitzteam dann für eine Erhöhung der für Leistungs- und Sozialstipendien zur Verfügung stehenden Mittel ein. Die Referentin für Sozialpolitik soll hierzu bei der zweiten ordentlichen Sitzung im Sommersemester 2021 berichten. Ja, ihr habt keine Halluzinationen. Dieser Antrag existiert von Junus und KSV KJÖ und wir würden uns freuen, wenn ihr dem zustimmen würdet, weil das ist schon ein wichtiges Thema, weil Stipendien eigentlich auch breiter beworben werden sollten. Vollkommen richtig. Danke euch beiden. Gibt es Wortmeldungen? Ja, Hanna, bitte. Stefan, du hast auch aufgezeigt. Ich möchte einen Formalantrag auf Verschiebung in den Sozialausschuss stellen, das aufgrund der Tatsache, dass es doch ein großer, großer Arbeitsauftrag ist, genau zu evaluieren, welche Hochschule genau welchen Zugang wozu hat. Dazu zählen nämlich einige individuellere Leistungsstipendien zum Beispiel und das ist eigentlich relativ komplex, es ist aber nicht genau dargelegt, was jetzt alles mit Stipendium gemeint ist. Und darum fände ich es super, wenn bevor sich ein Referat, das so viel arbeiten muss am Corona-Härterfall vor der Zweifelszone eine der wichtigsten Aufgaben ist, die die ÖH gerade erledigt, mit etwas beauftragt, wo noch gar nicht so klar ist, was jetzt genau daraus kommen soll, beziehungsweise was genau die Aufgabe ist. Ja, Formalantrag, dass der Antrag im Sozialausschuss behandelt wird. Gibt es noch eine Kontrarede? Ja, Dario, bitte. Dario Tabatabaik, KSV KITÖ. Jetzt haben wir so einen tollen Antrag zusammengeschrieben und der wird jetzt einfach in den Sozialausschuss verschoben. Nein, ich verstehe schon die Intention, warum. Das ist natürlich viel Arbeit, aber uns war es wichtig, dass das möglichst bald passiert, denn es wird dann relevant, wenn die Maturantinnen dann sich die Stipendienmöglichkeiten anschauen und recherchieren und da wäre es natürlich gescheit, das breit zu streuen. Deswegen würde ich empfehlen, den Antrag doch anzunehmen, das heißt dem Formalantrag jetzt nicht zuzustimmen. Dankeschön. Wir kommen zur Abstimmung über den Formalantrag zur Verschiebung des Antrags in den Sozialausschuss. Gibt es Gegenstimmen, also gegen die Verschiebung in den Sozialausschuss? Gras, also bitte ein eindeutiges Handzeichen, das war jetzt dreimal rauf und runter. Gut. Gut, gibt es Enthaltungen? Pro Stimmen? Damit ist der Antrag mehrheitlich angenommen und dieser Antrag wird in den Sozialausschuss verschoben. Danke dennoch für die Vorstellung. Ich komme zum nächsten Antrag der Junos. Transparente Besetzung der SachbearbeiterInnenposten. Ja, Steph? Lass dir Zeit. Entschuldige, die Verspätung. Stephens Lager, junge Liberaler Studierender. Der Antrag spricht, glaube ich, für sich. Wir haben in der EU-Bundesvertretung momentan ein System der Besetzung von ReferentInnenposten, der schon sehr transparent ist. Da gibt es natürlich immer noch Möglichkeiten zur Nachbesserung. Anfang dieser Periode haben wir Junos gemeinsam mit der Aktionsgemeinschaft auch sehr intensiv versucht, dieses Prozess noch transparenter zu gestalten, aber man muss ehrlich gestehen, der Prozess der Besetzung von ReferentInnenposten ist schon sehr transparent. Anders schaut es allerdings aus bei der Besetzung von SachbearbeiterInnenposten. Der ist noch relativ intransparent, beziehungsweise sehr intransparent. Diese Stellen müssen nicht ausgeschrieben werden und auch die Bundesvertretung muss eigentlich nicht in den Entscheidungsprozess eingebunden werden. Jetzt gibt es dafür natürlich einige Gründer. Einerseits natürlich, weil es viel mehr SachbearbeiterInnenposten gibt als ReferentInnenposten. Und es wäre natürlich unmöglich für jeden einzelnen dieser Posten Hearings zu veranstalten. Ich muss ehrlich sagen, wir haben uns das überlegt. Wir haben sehr lange in diesem Antrag gearbeitet. Wir haben sehr viele Gedanken gehabt. Ihr kennt uns, wir stehen immer für Transparenz. Und natürlich hätten wir am liebsten auch für jeden SB-Posten ein Hearing, aber sind dann zum Schluss gekommen, das ist nicht machbar. Deswegen sind wir dann zu diesem Antrag gekommen, von dem wir glauben, der ist machbar, der ist praktikabel, der ist gut umsetzbar. Diesen kann man in der Praxis gut umsetzen, ohne dass die EU-Bundesvertretung lahmgelegt wird mit der Ausscheidung von jedem einzelnen Posten. Deswegen stelle ich euch den Antrag einfach mal vor. Und ich hoffe natürlich auf breite Zustimmung. Die österreichische Hochschülerin und Hochschülerschaft möge beschließen, wenn Posten von Sachbearbeiterinnen neu vergeben werden, müssen diese ab sofort öffentlich einsehbar auf der Webseite der ÖH ausgeschrieben und über die Social-Media-Kanäle beworben werden. Diese Ausschreibungen müssen eine Bewerbungsfrist von mindestens zwei Wochen erhalten und müssen während der gesamten Bewerbungsfrist auf der Webseite und den Social-Media-Kanälen der ÖH öffentlich abrufbar sein. Nach Beendigung der Bewerbungsfrist dürfen sie nicht mehr auf der Webseite ausgeschrieben sein. Die oder der Vorsitzende muss in ihrem oder seinem Bericht an die EU-Bundesvertretung begründen, warum es im Hinblick auf den Umfang der Aufgaben in den jeweiligen Referaten notwendig war, die jeweiligen Positionen der Sachbearbeiterinnen auszuschreiben. Weiters muss sie oder er begründen, warum sie oder er sich für die jeweiligen Personen entschieden hat, die eingesetzt wurden. Die oder der Vorsitzende ist im Sinne eines ehrlichen Bewerbungsprozesses dazu angehalten, den Bewerberinnen, die nicht für den jeweiligen Posten eingesetzt werden, innerhalb einer Woche nach Postenbesetzung eine Absage samt schriftlicher Begründung zukommen zu lassen. Im Zeitraum zwischen einer konsultierenden Sitzung der ÖH-Bundesvertretung und der ersten ordentlichen Sitzung der ÖH-Bundesvertretung im darauf folgenden Wintersemester muss jeweils nur eine Person, nur ein Posten einer oder eine Sachbearbeiterin pro Referat ausgeschrieben werden, sofern im jeweiligen Referat Sachbearbeiterinnen und Posten neu vergeben werden sollen. Die ÖH-Bundesvertretung setzt sich das Ziel, den oben genannten Prozess baldmöglich auch in ihrer Satzung zu verankern. Vielleicht noch ein paar Worten dazu, vielleicht erst mal zum letzten Punkt. Wir fänden, dass es sehr schön wäre, wenn es langfristig auch in die Satzung kommen würde, genauso wie der Bewerbungsprozess für die Referentinnenposten in der Satzung erhalten ist. Aber da es ja diese Arbeitsgruppe zur Einrichtung eines Satzungsausschusses gibt, wollten wir den möglichen Ausschuss, den es hoffentlich geben wird, nicht ihre Arbeit schon vorwegnehmen. Warum lassen wir den Zeitraum zwischen der konsultierenden Sitzung und der ersten ordentlichen Sitzung im Wintersemester aus? Ganz klar, weil in dem Zeitraum sehr viele Positionen ausgeschrieben werden und es dann wirklich unmöglich ist, diese alle auszuschreiben mit einer Bewerbungsfrist von zwei Wochen, weil da würde man die ÖH tatsächlich lahmlegen und das wollen wir natürlich nicht. Also wir haben wirklich geschaut, dass wir einen Antrag haben, mit dem wir arbeiten können, den wir in der Praxis umsetzen können und ich glaube, das ist uns gelungen. Ich freue mich aber natürlich auf eure Wortmeldung. Ich sehe, es wird schon hell, aber ich hoffe trotzdem, dass wir uns inhaltlich über diesen Antrag austauschen können. Dankeschön. Danke, Steph. Lisa Baumgartner. Lisa Baumgartner, Familie Flö. Ich persönlich wäre ein Riesenfan davon, Posten tatsächlich Transparenz und noch Kompetenz zu vergeben. Die Erfahrung tagt halt, dass durchaus dann fraktions- und politische Interessen dazu führen, dass gerade auch die SB-Posten gern dann bei Koalitionsverhandlungen fraktionsintern vergeben werden und ich würde es halt extrem schade finden, Studierenden Posten anzubieten, auf die sie in Wahrheit keine Chance haben, weil sie dadurch nur Arbeit haben, aber der Output minimal ist. Danke, Stefan. Gibt es noch weitere Wortmeldungen zu dem Antrag? Stefan Bartosch-Gras, ich freue mich sehr, dass der Antrag so eingebracht worden ist. Ich befürworte den vollinhaltlich. Ich halte von dem parteipolitischen Postenschacher auch maximal überhaupt gar nichts. Ich denke, dass das... Leute, ich halte davon nichts. Ich kann eine andere Meinung haben als andere Leute in meiner Fraktion. Aber ich halte davon wirklich nichts. Ich finde, dass es eine Unart ist und dass es längst abgestellt gehört. Ich werde mein Möglichstes dafür tun, falls das ein halbwegs normaler Satz ist, um das in einer allfälligen zukünftigen Koalition zu verhindern. Ich kann nur an die anderen Fraktionen appellieren, dass sie das ebenso tun. Ich hoffe, oder ich glaube, dass das doch trotzdem eine gute Grundlage dafür sein könnte, um einfach auch ein bisschen mehr Transparenz in der Postenvergabe zu schaffen. Und weil dann immer ganz gerne das Argument kommt, ja, dann muss man irgendwelche komischen Leute reinsetzen. So als wird es nicht unfraktionierte, coole politische Studierende geben, die gerne auf der ÖH mitarbeiten wollen. Schauen wir uns an, wer der aktuelle Wirtschaftsreferent ist. Hätte es dieses ganze Chaos im Sommer gegeben, hätten wir den Tom vielleicht nie ins Wirtschaftsreferat gesetzt. Und ich finde, das ist eigentlich das beste Beispiel dafür, insgesamt mehr unabhängige und unfraktionierte Menschen auf die ÖH zu setzen. Und ich glaube, dass dieser Antrag ein guter und wichtiger Schritt in die richtige Richtung ist. Und deswegen hoffe auch ich, dass wir viel dazu stimmen. Danke. Naima, bitte. Naima Kobara, Familie Flöhr, ich kann natürlich keine persönlichen Meinungen bewerten, aber wir haben im Herbst was richtig Cooles probiert, nämlich, dass alle fünf Fraktionen zusammen verhandeln. Und wenn wir diese Verhandlungen eins gelehrt haben, und ich war bei allen Verhandlungsterminen dabei, ist, dass allen Fraktionen Posten wichtig sind und dass mir keine Fraktion mehr kommen braucht, mit uns sind Posten nicht wichtig. Und wir wollen es super transparent und super unabhängig und super kompetent besetzen, weil alle von uns haben Posten, die ihnen wichtig sind, haben Themen, die ihnen wichtig sind und wollen unsere Leute draufsetzen. Und das ist in einem politischen Amt doch nichts Verwerfliches. Aber diese heuchlerische Getur von wegen, uns sind Posten nicht wichtig, und wir sind alle da, weil uns das so wichtig ist, Ja, ich glaube, das können wir uns sparen. Ja, Tatsachenberichtigung. Steff, bitte. Steffens Lager, junge liberale Studierende, liebe Naima, ich habe auch das Vorrecht gehabt, bei diesen Verhandlungen dabei zu sein. Vielleicht kann es sich noch erinnern, dass wir als Junos damals bereit waren, im Sinne dieser Lösung auf einen Vorsitzposten zu verzichten, weil wir gesagt haben, uns ist wichtig, dass der ÖH weiterhin läuft. Danach haben wir gemeinsam mit Aktionsgemeinschaftsverhandlungen über eine Minderheitsexpektive geführt. Auch da sind wir dann zu einem Abkommen gekommen, wo ein sehr großer Teil der Posten auch ausgeschrieben werden sollte. Diese Exekutivbeteiligung ist leider nicht zustande gekommen, aber indirekt hast du auch uns vorgeworfen, dass uns Postenschache wichtig ist, dass wir Postenschache betreiben. Und das möchte ich doch wirklich stärkstens zurückweisen. Ich glaube, wir haben das in der Vergangenheit auch bewiesen. Naima. Steff, ich darf dich daran erinnern, wir haben auch AG Flö Junos mal verhandelt und ohne da jetzt irgendwelche Verhandlungsdetails auszubladern, da gab es einen Posten, um den wir uns alle gerissen haben und da wollten auch die Junos nicht drauf verzichten. Also es ist in allen Posten wichtig. Es ist eh ein schönes Wahlkampf-Slogan-Ding, dass wir keine Posten haben wollen, aber spätestens im Juni wollen wir wieder alle Posten haben. Gibt es noch weitere Wortmeldungen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Ich bringe also den Antrag zur Abstimmung. Wer ist gegen diesen Antrag? Gibt es Enthaltungen? Pro Stimmen? Damit ist dieser Antrag mehrheitlich abgelehnt worden. Wir, ah, ja bitte, Protokollierung des Stimmverhaltens, Entschuldigung. Der Ariandel, Frau Sestö, wir haben gegen diesen Antrag gestimmt, einerseits aus genannten Gründen in Diskussion vorher und auch, weil uns die Corona-Pandemie auch gezeigt hat, dass man oft einmal sehr geschwind auch Sachbearbeiterinnen einsetzen muss, wenn es darum geht, irgendwie an großen Projekten schnell zu arbeiten und Studierenden schnell Lösungen bieten zu können und da kann man dann nicht auf Ausschreibungen warten. Danke. Weitere Protokollierungen des Stimmverhaltens? Nein? Dann kommen wir zum nächsten Antrag, ebenfalls von Junos, Reform des Beihilfensystems jetzt. Bitte um Vorstellung. Lukas Schobersberger, junge liberale Studierende, Reform des Beihilfensystems. Es ist bestimmt nichts Neues, dass das Beihilfensystem sehr lückenhaft ist. Corona hat es nochmal mehr verdeutlicht, weil natürlich sich die finanzielle Lage von vielen Studierenden massiv verschlechtert hat und leider ist dieses Beihilfensystem ein lückenhaftes Sicherheitsnetz, durch das viele Fallen. Es gibt da viele Kritikpunkte, die mir da auch explizit ansprechen. Da geht es um Anspruchsvoraussetzungen, da geht es um die grundsätzliche Höhe von diversen Beihilfen, da geht es um das bürokratische Hin und Her von diversen Beihilfen und deswegen braucht es da eine echte Reform, damit das in Zukunft besser wird. In aller Kürze explizit im Beschlusstext die einzelnen Punkte. Grundsätzlich soll die Maximalbeihilfe der Mindestsicherung angepasst werden. Irgendwas habe ich mit dieser Mindestsicherung schon wieder. Diese 949 Euro sind ja schon aus dem vorherigen Antrag bekannt. Der nächste Punkt, dass sich für eine Zusammenführung der Vielzahl an verschiedenen Beihilfen in einer unbürokratischen, einfachen, transparenten und verständlichen sowie treffsicheren Beihilfe für Studierende eingesetzt wird. Damit das nicht missverstanden wird, da geht es nicht darum, dass irgendjemand, der jetzt Beihilfe bezieht, die Beihilfe verliert, sondern da geht es nur darum, dass man nicht für drei, vier verschiedene Beihilfen jedes Mal wieder dieselben Dokumente abgeben muss. Vielleicht ist dann der Antragsweg ein bisschen anders, das ist sehr verwirrend, viele Studierende kennen sich da nicht aus, das ist absolut verständlich und das geht einfacher. Darum geht es. Da können natürlich auch massiv Ressourcen eingespart werden, wenn man diesen ganzen Prozess effizienter gestaltet etc. Konkrete Änderungsvorschläge für das Studienfördergesetz, die uns explizit aufgefallen sind, die einfach nicht mehr zeitgemäß sind oder nie zeitgemäß waren, A, dass es keine wirkliche Regelung gibt für Studierende, die zwei Studiengänge oder mehr Studiengänge betreiben und alle mit demselben Nachdruck verfolgen. Das ist jetzt immer so geregelt, dass eines ein Hauptstudium ist und etwaige weitere sind dann Nebenstudierende und das entspricht halt bei vielen Studierenden einfach nicht der Realität. Da kann man eigentlich auch direkt auf, ja, na gut. Gut, Punkt B wurde eh, glaube ich, schon von der Flö ganz am Anfang thematisiert, mit dem Alter ist natürlich absolut kein Kriterium, wonach man Beihilfen entscheiden sollte. Stichwort Familienbeihilfe ist das ja seine Sache, 24 beziehungsweise mit Bundesheer Zivilnis 25 Jahre, das ist ziemlich aus der Luft gegriffen, soll also auch nicht sein. Punkt C, realitätsgetreue Änderungen zu einer treffsicheren Anspruchsvoraussetzung bei der Bemessungsgrundlage der finanziellen Situation der Eltern. Das ist natürlich auch so eine Sache, wenn man da nach dem Einkommen alleine geht, wie verhält sich das mit beispielsweise sehr vermögenden Eltern, die wenig Einkommen haben, auch so eine offene Sache. Und Punkt D noch, wenn man ja zum Beispiel bei der Studienbeihilfe einen gleichwertigen Titel schon hat, sagen wir jemand, ein Studierender hat einen Bachelor und verfolgt jetzt nochmal einen Bachelor, dann funktioniert das ja beihilfentechnisch nicht, wo wir aber dann ganz klar sagen, wenn Studierende bereit sind, sich weiterzubilden, noch mehr zu leisten etc., dann sollte man das doch bitte auch fördern und nicht sagen, nur weil Studierende einen Titel haben, kann man sich nicht gefördert weiterbilden. Und zu guter Letzt noch eine Veranstaltung, bei der das Beihilfensystem thematisiert wird und Ansprüche und Voraussetzungen verständlich vermittelt werden und eine qualifizierte Auskunftsperson für etwaige Fragen zur Verfügung steht zu Beginn eines jeden Semesters. Dankeschön. Gibt es Wortmeldungen zu diesem Antrag? Max Wagner. Max Wagner, Aktionsgemeinschaft. Ich wollte nur kurz konkret fragen, was euch an den Paragrafen 231 bis 234 im A-BGB nicht gepasst, weil die Studienbeihilfe ja sehr stark auf die Unterhaltsansprüche, die aber nicht im Studienförderungsgesetz geregelt sind, sondern im A-BGB, was euch da nicht passt. Alles, was entwickelt werden soll, ist in keinster Weise ausgeführt. Auch die Unterhaltsberechnungen, die ja über die negativen Bescheide auch festgestellt werden in der Höhe. Da verliert ihr kein Wort, was ihr euch jetzt genau vorstellt. Irgendwas mit reichen Eltern und da müsste man mal schauen. Also irgendwie ist das sehr unausgereift. Es trifft auch die falschen Rechtsnormen. Man müsste das komplette System inklusive Unterhaltsansprüche, die aber im A-BGB geregelt sind, sich anschauen. Für mich ist das ziemlich unausgereift. Ich weiß nicht, ob irgendwer einen Formalantrag stellen will, das irgendwo hinzuverschieben, aber irgendwie in der Form ist es halbgar. Danke. Gibt es weitere Wortmeldungen? Ja, du kannst gerne einmal. Lukas Schoos, Berger, Jonas, grundsätzlich halten wir das ja auch so, wenn man nochmal ein bisschen hoch geht im Dokument. Bitte sehr. Ich habe gerade ein kleines Bild hochscrollen. Da, ein bisschen weiter runter wieder. Genau, das sind Vorschläge, welche Punkte man ausarbeiten sollte beziehungsweise beleuchten sollte, wo einfach Dinge nicht treffsicher sind. Es ist uns schon klar, dass wir jetzt nicht explizit dahingeschrieben haben, wie man das jetzt genau verändern soll. Das ist auch wieder so eine Sache, wenn man es jetzt genau hingeschrieben hätte, dann wäre da wahrscheinlich auch wieder diskutiert worden, weil man das so und so nicht will. Also es geht darum, dass man sich diese Punkte genauer anschauen soll, weil sie eben nicht treffsicher sind. Und bezüglich etwaiger Paragrafen habe ich meine Paragrafen nicht hier, habe ich jetzt nicht in dieser Ausführung gelesen, aber in dem Studienerfahrungsgesetz steht schon etwas drin zu den Voraussetzungen der Eltern bezüglich Einkommen etc. Dankeschön. Gibt es noch Wortmeldungen? Das scheint nicht der Fall zu sein, dann bringe ich diesen Antrag nun zur Abstimmung. Gibt es Gegenstimmen? Gibt es Enthaltungen? Prostimmen? Somit ist dieser Antrag mehrheitlich angenommen. Gratulation an dem Antragsteller. Ich komme nun von den Anträgen der Jonas zu den Anträgen der Aktionsgemeinschaft. Hier habe ich Antrag Nummer 1 der Aktionsgemeinschaft. Betrifft die Ausnahmesituationen, erfordern Ausnahmelösungen. Das sieht nach demselben Beslusstext aus, ja. Super, vielen Dank. Sebastian Mühlbauer Aktionsgemeinschaft, ich halte mich ganz kurz. Grundsätzlich Corona-Semester haben wir immer noch. Wir haben im letzten Semester schon bemerkt, gerade bei Pflichtpraktika, gibt es die eine oder andere Person, die da massiv Probleme hat, ein Praktikum zu bekommen oder auf die vernünftigen Stunden innerhalb eines Praktikums zu kommen. Angefangen von Corona-Erkrankung, von längeren Phasen nach Corona bis hin, mein Job ist einfach nicht mehr da, den ich so hätte bekommen können. Wir wollen, dass wir uns konkret dafür aussprechen und dafür einsetzen, dass Pflichtpraktika bei nicht beeinflussbaren Umständen, also wenn es wegen Corona etc. ausfällt, dass man da mit fehlenden Fehlstunden trotzdem noch eine Beurteilung machen kann. Andererseits, dass man jede einzelne Fachhochschule in Ausnahmefällen spezielle Lösungen erarbeitet und das Referat für Fachhochschulangelegenheiten an die lokalen Hochschulen antritt. Das habe ich auch mit der Tini schon besprochen, dass hier Unterstützung geboten wird. Jetzt haben wir noch in Absprache mit dem VSSDÖ eine Änderung hinzugefügt. Das ist das eigentlich auch im Rahmen von anderen Lehrveranstaltungen, wo zum Beispiel durch Corona, also klassischer Fall K1 oder man fällt einfach länger aus, es ist eine Möglichkeit, gibt es, dass wir uns dafür aussprechen, dass da wirklich individuelle Lösungen für die betroffenen Studierenden geschafft werden können. Dankeschön. Gibt es Wortmeldungen dazu? Dem ist nicht der Fall, deswegen bringe ich den Antrag gleich zur Abstimmung. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Somit ist dieser Antrag einstimmig angenommen. Gratulation an den Antragsteller. Ich komme zum nächsten Antrag. Ah, Protokollierung des Stimmverhaltens, oder? Ja. Ja, Sitzungsunterbrechung von der Flöhe, 10 Minuten Pause. Geht es noch einmal raus, sammelt es Energie, sammelt es die Flaschen ein. Jetzt war es gerade 7.07 Uhr, jetzt ist es leider schon 7.08 Uhr, das ist nicht so schön, aber wir werden einfach um 7.18 Uhr hier wieder weitermachen. Bitte räumt es auch im Raum zusammen, nutzt diese 10 Minuten. Wir wollen diesen Raum wirklich sauber verlassen, auch aus Respekt der Uni gegenüber, dass wir hier die ganze Nacht drin bleiben durften. und den Morgen. Vielen Dank. Danke. 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 Vielen Dank. 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 Sehr gut. Damit ist der Antrag, Ja, Das ist mein Großmann, Familie Flö. Also ich glaube, grundsätzlich die Intention ist voll legitim und ich glaube auch unterstützenswert. Mit dem Abend- und Wochenende, dass dort das Angebot ausgebaut werden soll, ja, finde ich durchaus legitim, weil sehr viele Berufstätige halt untertags tätig sind. Man sollte aber das Ganze auch nicht ins andere Extrem umtreiben, wo ich kenne, dass nur am Abend blockweise Dinge stattfinden, wo dann Leute, die halt in zum Beispiel der Nachtgastronomie arbeiten, derzeit ja leider komplett ausgesetzt, aber hier auch Probleme haben, dann an diesem teilzunehmen. Also nur, dass man das bedenkt, ist nur eine Anregung. Danke. Dankeschön. Gibt es weitere Wortmeldungen? Dem scheint nicht der Fall zu sein. Wir bringen den Antrag also zur Abstimmung. Gibt es Gegenstimmen? Ja, Enthaltungen. Vier Enthaltungen und Pro Stimmen. Damit ist der Antrag mehrheitlich angenommen. Vielen Dank. Wir kommen zum nächsten Antrag von der Aktionsgemeinschaft für eine inklusive ÖH. Caroline Engsfeld, Aktionsgemeinschaft. Ich stelle die Beschlusspunkte vor. Es geht in dem Antrag um die österreichische Gebärdensprache. Die ÖH-Bundesvertretung möge beschließen, dass die österreichische Gebärdensprache als fester Bestandteil der österreichischen Hochschülerinnen und Hochschülerschaft auch in den BV-Sitzungen verankert wird. Und diese ab der nächsten BV-Sitzung auch in österreichische Gebärdensprache zu übersetzen. Die DolmetscherInnen sollen jedenfalls im Livestream zu sehen sein. Das wurde im Übrigen noch ergänzt auf Anmerkung einer anderen Fraktion. Es soll für jede zukünftige BV-Sitzung im Ausmaß der Länge sowie der Arbeitsfähigkeit eines einer ÖGS-DolmetscherInnen in Zeitslots eruiert werden, für wie lange es möglich ist, aktiv zu übersetzen. Die Anzahl an DolmetscherInnen sowie deren Arbeitslänge soll nach Maß vergangener Sitzungen eruiert und festgestellt werden, sodass zu jeder Zeit eine einer DolmetscherInnen anwesend sein kann. Kleiner Nachsatz dazu. Ich hoffe natürlich sehr, dass die Sitzungslängen in der nächsten Periode wieder ein normales Maß erreichen und dass es dann hier nicht die Bedenken gibt, dass jemand bis um halb acht in der Früh übersetzen muss. Also das ist schon mitgedacht, dass es bis um diese Uhrzeit nicht ganz so leibend ist. Deshalb auch Zeitslots und wie lange es überhaupt möglich ist. Dankeschön. Gibt es Wortmeldungen zu diesem Antrag? Das ist nicht der Fall. Deswegen bringen wir den Antrag zur Abstimmung. Gibt es Gegenstimmen? Eine Gegenstimme. Enthaltungen? Eine Enthaltung pro Stimmen. Somit ist der Antrag mit einer kleinen Mehrheit mehrheitlich angenommen. Wir kommen zum nächsten Antrag der Aktionsgemeinschaft. Schulungsoffensive ÖH Basics. Josef, bitte. Josef Potek, Aktionsgemeinschaft, Referent für pädagogische Angelegenheiten. Ich habe es in meinem Bericht vor ein paar Stunden, ich kann mich jetzt nicht erinnern, wie lange das her ist, schon angeteasert. Ich lade jetzt nach einem tollen, ja, jetzt kann ich es vorstellen. Nein, also es geht, ich muss wirklich ganz kurz runterbrechen, damit für die, die das noch nicht mitbekommen haben, wissen, worum es geht. Es gibt ein Budget im Verwaltungskostenaufwand für Schulungen und das wird nicht ausgereizt im Moment. Und dieser Antrag hat als Ziel, dass wir dieses Budget in Zukunft ausreizen. Aber eben zu den jetzt schon bestehenden Schulungen, die es gibt in einzelnen Referaten und in Form der FEWE, ein alternatives Angebot schaffen, das ein bisschen reduzierter ist. Und zwar nicht reduziert im Sinne von inhaltlich reduziert, sondern reduziert im Sinne von zeitlich reduziert. Weil so eine Schulung über ein Wochenende oder eine FEWE ist eine gewisse Verpflichtung auch. Aber ich kenne das auch selber aus meiner eigenen Erfahrung, dass so unter dem Jahr finden dann Wechsel statt. Es kommt ein neuer Referent hier rein und dort raus und was auch immer. Und er braucht eine gewisse Basic-Einschulung, die notwendig wäre. Und hier wollen wir diese Lücke füllen und das anbieten. Genau, diese Schulungen sollen dann einen gewissen zeitlichen Rahmen, in dem Fall von drei Stunden, jetzt nicht überschreiten, damit wirklich auch gewährleistet sein kann, dass Leute das einfach machen können, ohne großartig jetzt sich den ganzen Abend oder Vormittag freihalten zu müssen. Genau, ich habe auch schon ein paar, also zur Entstehung, ich habe schon mit den Referenten, Referentinnen der anderen Referate in der Bundesredung gesprochen oder beziehungsweise geschrieben und wir haben schon eine grobe Sammlung an möglichen Themen gefunden, die sind natürlich noch zu ergänzen und natürlich noch auszuformulieren, aber die könnten zum Beispiel sein Buchhaltung Basic, haben wir heute schon gehört, dass der DF das FA-Referat eine geniale Arbeit geleistet hat, Hochschulrecht Basics, Beratungstechniken, Social Media, grafisches Arbeiten, Barrieren im Alltag und Studium, Stress- und Selbstmanagement oder die DSGVO. Wie gesagt, das ist jetzt ein Kanon, der noch erweiterbar ist, absolut erweiterbar sein soll und deshalb wäre das ganz gut, wenn wir, glaube ich, hier in die Richtung das machen könnten. Ich würde das gerne in meinen Aufgabenbereich nehmen, weil ich mich als Referat für pädagogische Angelegenheiten auch hier ein bisschen verantwortlich fühle, weil, wie gesagt, pädagogisches Arbeiten auch etwas ist, was Bildung und Weiterbildung angeht und ich glaube, dass wir hier noch Möglichkeit haben, noch weiterzuarbeiten. Ich möchte natürlich nicht andere Referate mit sowas überlasten und genau. Soll ich den Beschlustext nochmal vorlesen oder ist das eher allen ungefähr klar? Dann belasse ich es dabei soweit. Dankeschön. Ich habe gesehen, die Dora hat die Hand gehoben, bitte. Gibt es noch weitere Wortmeldungen? Der Ariane Falsestö, Josef, wir haben uns ja vorher ja schon kurz über den Antrag unterhalten, wo ich dir ja grundsätzlich auch schon gesagt habe, dass ich für Schulungen wirklich immer gern zu haben bin. Ich finde es auch sehr schade, dass das Budget nicht ausgereizt wird und ich glaube auch, dass man eigentlich total viele Möglichkeiten hat, auch die Leute, die auf der BV sind, an diesem Topf quasi teilhaben zu lassen und ihren Schulungen zu geben. Ein Punkt, der uns aber ein bisschen stört, und das habe ich dir auch schon gesagt, ist es, Beschlüsse zu treffen für Projekte, die quasi über Exekutivgrenzen jetzt nämlich so dezidiert hinweggehen, die quasi mit einem Projekt starten, das heißt, im Wintersemester beginnt und wir grundsätzlich es auch ganz gut fänden, sich ganz grundsätzlich die Schulungsmaßnahmen, die die ÖHBV macht, einfach anzuschauen und ein ganzheitliches Schulungskonzept sich anzuschauen, weswegen ich den Formalantrag auf Verschiebung in den BIPOL-Ausschuss stelle. Dankeschön, Formalantrag. Josef, möchtest du noch darauf antworten, oder? Ja. Ich wäre gegen eine Verschiebung im BIPOL-Ausschuss, obwohl ich mich, ich liebe es im BIPOL-Ausschuss zu diskutieren. Das können alle, die mit mir dort waren, bezeugen und ich liebe das absolut. Aber ich glaube, dass wir hier quasi das falsche Gremium damit betrauen würden. Es geht ja nicht darum, zu überlegen, was man hier, sondern es geht darum, dass wir Budget ausreizen sollten. Und wenn wir das jetzt verschieben auf den nächsten BIPOL-Ausschuss, bin ich voll dabei, dass wir es auch dort nochmal diskutieren können. Ich würde lieber einen Gegenantrag haben von euch, der mir sozusagen vielleicht erst die Konzeptionierung eines möglichen Konzeptes vorgibt, damit ich da in die Richtung arbeiten kann. Weil, wie gesagt, das Ganze jetzt nochmal aufzuschieben bis zum nächsten BIPOL-Ausschuss, ja, dann haben wir halt, glaube ich, der Zug fährt halt irgendwann ab. Ich verstehe den Ansatz zu sagen, periodenübergreifend, aber so Sachen muss man irgendwann anfangen. Und ich glaube, es ist eine gute Chance jetzt da, weil wir jetzt das Loch im Budget haben. Und jetzt, wenn wir ein Konzept erstellen können, heißt das noch lange nicht. Deshalb auch in meinem Antrag steht nichts drin von müssen, sondern sollten. Das heißt, wenn die nächste pädagogische Referentin sagt, möchte er nicht machen, ist es nur ein Soll und kein Muss. Ich denke mir nur, dass die Möglichkeit ganz gut ist, dass wir hier einfach Schulungen anbieten, die im Interesse aller Studierenden und Studierendenvertretungen vor allem sind. Ja, aber gut, wenn wir es im BIPOL-Ausschuss diskutieren wollen, dann halt dort noch einmal. Dankeschön. Wir behandeln jetzt den Formalantrag von der Dora zur Verschiebung des Antrags in den BIPOL-Ausschuss. Gibt es Gegenstimmen gegen die Verschiebung in den BIPOL-Ausschuss? Dankeschön. Enthaltungen? Zwei Enthaltungen pro Stimmen für die Verschiebung in den Janssen. Ja, damit ist mit einer Mehrheit die Verschiebung in den BIPOL-Ausschuss. Protokollierung des Stimmverhaltens. Josef. Josef Portek, Aktionsgemeinschaft. Eine Bitte nur gleich an diesen Punkt. Im nächsten BIPOL-Ausschuss möchte ich dann nicht diesen Antrag neu vorstellen müssen und dann null Rückmeldung bekommen wie die letzten Male, wie meine Anträge in den BIPOL-Ausschuss verschoben wurden, sondern ich würde mir ganz dringend, vor allem von der Fraktion der VHSDÖ wünschen, dass dann konkrete Vorschläge kommen, Kritik an meinem Antrag kommt und nicht nur heißt, ja, der ist jetzt hier. Weil das letzte Mal haben wir das schon gehabt und das hat mich extrem gestört. Wenn es jetzt wieder vorkommt, stört es mich noch mehr. Also bitte, wir können gern dort inhaltlich darüber reden, diskutieren. Nur dann müsst ihr euch darauf vorbereiten, weil ich werde mich darauf vorbereiten. Ich werde weiter an diesem Antrag arbeiten. Und so bin ich sehr froh, wenn wir dort dann inhaltlich arbeiten können und ich nicht von null anfangen muss, zu erklären, worum es geht. Danke. Danke, Josef. Das war mehr eine Handlungsaufforderung als eine Stimmprotokollierung. Und deshalb habe ich dagegen gestimmt. Großartig. Das war es dann auch schon mit den Anträgen von der Aktionsgemeinschaft. Somit schließe ich den Tages... Ach, die sind jetzt noch... Entschuldigung. Ich hätte ich in ein Allfälliges gehauen. Tut mir leid. Dann gibt es noch Initiativanträge. Ja, großartig. Wolfgang, bitteschön. Ist im Ordner aus Initiativantrag drinnen. Wolfgang Dentner, Familie Flö. Ich darf jetzt den Antrag zwecks die Arbeitsgruppen noch einmal stellen. Es ist leider aufgrund der zeitlichen Ressourcen, die hier in diesem Gremium noch frei sind, nicht möglich, die zwei anderen Arbeitsgruppen noch einmal zu beschließen. Dementsprechend ziehen wir davon ab. Und ich würde nur die Einrichtung eines Satzungsausschusses noch einmal vornehmen, nachdem er eigentlich ausgelaufen ist und die Arbeitsgruppe soll den Arbeitsauftrag, welchen sie auch ohne formale Grundlage weiterhin bearbeitet hat, so ordentlich zu Ende bringen. Danke, Wolfgang. Gibt es Wortmeldungen zu diesem Antrag? Dann bringe ich diesen Initiativantrag auch gleich zur Abstimmung. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Das ist auch nicht der Fall. Somit ist dieser Antrag einstimmig angenommen. Gratulation an den Antragsteller. Gibt es weitere Initiativanträge? Nein, das ist offensichtlich nicht der Fall. Damit schließe ich Tagesordnungspunkt 9 und komme zu Tagesordnungspunkt 10. Allfälliges? Eigentlich neun. Gut, offensichtlich sind keine All... Ich würde es nur wirklich respektvoll finden, wenn ihr noch sitzen bleibt, solange die Sitzung läuft. Noch ist sie nicht geschlossen. Ich weiß, wir sind alle müde und wollen nach Hause. Aber es gibt noch eine Person, die einen allfälligen Punkt hat. Deswegen wäre das respektvoll, wenn wir da noch zuhören. Bitteschön. Raffeln mit Gras, ganz, ganz schnell. Ich finde es wahnsinnig cool, dass wir eine theoretische Mülltrennung gehabt hätten. Ich finde es sehr schade, dass das innerhalb von den ersten Stunden, Faktor, weil er schon eine Alutose in Papier gefunden hat. Und deswegen wäre es vielleicht cool, wenn wir uns bei den nächsten Sätzen wirklich auch an die Mülltrennung halten und da versuchen, dass wir den Müll auch sauber trennen, dass wir die Rohstoffe wiederverwerten können. Und gute Nacht. Danke vielmals. Steph, auch hier noch ein allfälliger Punkt. Steffen Slager, junger, liberaler Studierender. Ich halte es ganz, ganz kurz. Es ist eine wichtige Tradition, die wir jetzt auch heute nicht vergessen, sondern einfach mal das Org-Team Danke zu sagen für die Großartige Organisation heute. Wir können ruhig mal klatschen miteinander. Und von meiner Seite auch ein Dankeschön an das Vorsitzteam, das die Sitzung heute so wunderbar geleistet hat. Und ich glaube, wir im Raum haben uns manchmal hinlegen können, manchmal die Augen schließen können, habt ihr nicht machen können. Also großer Respekt für eure Arbeit auch heute. Dankeschön. Danke, Steph. Haro. Caroline Engstfeld, Aktionsgemeinschaft. Auch wenn mir der Steph einiges vorweggenommen hat, finde auch ich das eigentlich sehr nett. Deshalb, Sonja, Paul, danke. Wirklich saugeil, was ihr da jedes Mal bei den Sitzungen macht. Nada, Johanna, Sabine, Sitzungsleitung, mal wieder top. Und auch an die allermeisten Mandatarinnen und Mandatare in dem Gremium. Danke, dass wir das durchgezogen haben. Danke, dass wir trotzdem halbwegs konstruktive Diskussionen geführt haben. Und danke, dass auch großteils sehr interessante und sinnvolle Anträge gekommen sind. Danke, Karo. Möchte noch eine Person etwas Allfälliges sagen? Genau, dazu komme ich noch. Ja. Gut. Wenn es keine allfälligen Punkte gibt mehr, dann würde ich jetzt die Gender-Statistik verlesen. Es waren 211 Wortmeldungen von Männern und nur 162 von Frauen. Was insofern etwas befremdlich ist, da während der Sitzung immer wieder vermehrte Männer den Raum verlassen haben, beziehungsweise früher sich abgemeldet haben. Das heißt, es war eigentlich fast ein 50-50-Verhältnis zeitweise, was diese Statistik eigentlich noch verheerender erscheinen lässt. Und daher mit diesen letzten Worten, ich möchte mich auch noch bei allen bedanken, dass ihr durchgehalten habt, mehr als 17, ein Dreiviertelstunden, das ist ja mal was, übergebe ich die Sitzungsleitung noch an die Sabine für Schlussworte. Oder an die Nada, wenn sie möchte. Schlaft gut und ich schließe die Sitzung um 7.47 Uhr. Leute, wenn ihr helfen wollt, Sachen raustragen, ihr könnt es da draus und dann nach links, da ist die Tür, wo draufsteht, Exit only. Und für die, die helfen, ist auch eine Überraschung. Ist vielleicht ein bisschen früh zum Bier trinken oder spät. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.